Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist heute Sonntagabend, wir sind alle vom Wochenende völlig zerstört und müde und deswegen wird es heute eine müde Runde. Aber wenn wir sonst zu zweit müde sind, dann können wir es ja so machen, dass wir uns in den dritten dazuholen. Das heißt, wenn jeder nur zwei Drittel der normalen Leistung bringt, dann haben wir eine Leistung von zwei normalen Velo Home, Velo Race Podcastern. Das war meine Überlegung, war die Rechnung und deswegen ist es umso freulicher. Guten Abend an den Bodensee, lieber Chris, nach längerer Zeit bist du, ich glaube, Weltmeisterschaft war das letzte Mal. Ich hoffe nur, dass die Tränen sind seitdem getrocknet, also im positiven Sinne. Und es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Freut mich auch, ja, Grüße zurück nach Köln. Ja, und nach München natürlich, nicht vergessen. Hallo, schönen guten Abend. Der Thomas, guten, guten Abend. Ja, Sonntagabend, der Chris hat sich also mal vom Tatort befreien lassen heute und kann deswegen mitmachen. Und ich habe eben in den Ablaufplan geguckt und war mittelmäßig schockiert, was sich in den letzten zwei Wochen alles angesammelt hat. Boah, also ich glaube, wir sollten gar nicht so viel Zeit irgendwie vergeuden mit Vorbesprechung. Uns geht es allen gut, danke der Nachfrage. Immer besser sozusagen auch. Und jetzt schauen wir mal, was die Rennen zu bieten haben, weil das ist einiges. Wahrscheinlich hast du, wie wir so oft am meisten mitbekommen, Thomas. Deswegen gebe ich jetzt mal einfach den Staffelstab an dich zur Vuelta a San Juan. Übrigens nach der letzten Folge, also vor zwei Wochen, als wir darüber gesprochen haben, hat hinterher noch ein Kollege von mir direkt am nächsten Tag gedacht, ja, bin ich auch mal gefahren. Es war das erste Mal, dass er das Gefühl hatte, dass wenn, also dass er die Sonne durchs T-Shirt gespürt hat, so heiß war es da. Also wir hatten das ja auch beim letzten Mal, glaube ich, in irgendeiner Form thematisiert, wie warm es da ist. Das entspricht wohl wirklich sehr, sehr, sehr stark den Tatsachen. Gut, also Tudor San Juan, legen wir mal los. Ja, also wir beim letzten Mal schon ein bisschen scherzhaft gesagt haben, es war vielleicht eine bekommene Abkühlung, als sie da durch diesen Fluss gefahren sind. Ja, genau. Ja, dann ging es dann weiter mit einem Sprintetappensieg von Fernando Gaviria. Und ja, letzten Endes, es wurde halt wieder entschieden an diesem Alto, der Colorado, bei der Bergankunft, erfreulich für das Team Movistar, nicht Nairo Quintana hat gewonnen, sondern Winner Anacona, mal ein anderer Fahrer, der sich jetzt ins Rampenlicht gefahren hat. Das war doch die Etappe, wo du mir noch gesagt hast, die sollst du unbedingt gucken und die ich dann auch sogar abends, das war Freitagabend, glaube ich, geguckt habe, wo die wirklich diesen langen Anstieg, diese lange Rampe hoch, wie war es nochmal? Er hatte doch zwei Fahrer von irgendeinem anderen kolumbianischen Team, glaube ich, am Hinterrad. Von Team Medellin. Ja, genau, vom Medellin-Kartell hatte der zwei am Hinterrad und ich dachte die ganze Zeit, boah, hoffentlich kommt der durch, hoffentlich kommt der durch, weil eigentlich, also nicht, weil ich ihm persönlich da jetzt so die Daumen drückte, sondern einfach, weil ich die zwei anderen, also zwei Vögel, die da hinten nur dran hingen, wirklich nichts mitgearbeitet haben. War halt eine Nazi-Nummer eigentlich, aber im Nachhinein, der hat das wirklich ganz, ganz souverän seinen Stiefel heruntergespielt. Also Hut ab war. Ja, das Starke war halt, dass er den Löwenanteil in der Flucht, also in dieser Führungsgruppe gemacht hat und dann auch noch die beiden anderen Kolumbianer im Sprint zersägt hat. Ja, ich glaube, mit der Fluchtgruppe, das habe ich gar nicht so richtig mehr mitgekriegt oder ich habe es schon vergessen. Das war auch später an dem Abend. Aber das war schon, das war wirklich schon à la bonneur, was er da gemacht hat. Also wirklich Hut ab und ja, zu Recht an diesem Tage gewonnen. Hast du da auch was von mitgekriegt, Chris? So ein bisschen am Rande, also was ich sehr beeindruckend fand, war die, es war ja im Prinzip ja der Einstieg ins Profibusiness von diesem jungen Belgier, diesem Remco Evenepoel oder wie man ihn ausspricht, keine Ahnung. Also ich fand seine Leistung recht beeindruckend dafür, dass er da jetzt gerade erst 19 geworden ist, dass er da sowohl im Zeitfahren absolut mithalten konnte, als auch am Ende, ich glaube, sogar schon das beste Nachwuchs oder das Nachwuchstrikot gewonnen hat. Und das mit 19 ist schon ein Ausrufezeichen, wenn man bedenkt, dass da jetzt ja nicht nur die einfachsten Etappen da auf dem Programm standen. War das der, der bei der Weltmeisterschaft so aufgetrumpft ist? Habe ich das richtig im Kopf oder war das jemand anders? Ne, doch, das war der. Wo du doch, ne, wer von euch beiden hat den, oder habt ihr beide so über die Töne gelobt, der quasi das Rennen von alleine gefahren ist, dann sturz hatte und dann wieder nach vorne gefahren ist und das Ding gewonnen hat, ne? Exakt so war es, ja. Also nicht im U23-Rennen, sondern im Junioren-Rennen. Ja, aber und jetzt bei den Herren schon, also bei den normalen, in Anführungszeichen normalen Profis mit dabei. Ich sehe es gerade hier, neunter der Gesamtqualifikation, also neunter der Gesamtwertung mit 19 Jahren, mein lieber Herrgesangsverein. Und wie wir es beim letzten Mal ja schon gesagt haben, uns ist wahrscheinlich das, die Tragweite dessen, des Ruhms, den er schon genießt in Belgien, gar nicht bewusst. Also das ist da jetzt schon jemand, der auf einem Popularitätslevel steht, wie wir uns das hier in Deutschland nicht ausmalen können. Ja, krass. Naja, hoffen wir, dass das weiter gut ausgeht, ne? Also man, also auf dem hohen Niveau selten, aber man hat ja auch schon andere Fahrer hochkommen sehen, die dann, Leider Gottes, wo man mit 22, 23, 24 nichts mehr gehört hat, aber scheint da ja in ganz guten Händen zu sein. Ansonsten hat mir das auch gefallen, dass Winner Anacona dann die Rundfahrt gewinnen konnte, weil es doch ein Fahrer ist, der sehr, sehr wenige Freiheiten hatte in den letzten Jahren, wenn man sich da... Lass uns mal da vielleicht dran gehen, wenn wir Etappe 6 und 7 noch durchgebracht haben, ne? So als Gesamtfazit vielleicht kurz. Nächste Etappe war auch wieder, war eher eine Flachankunft, ne? Also ein bisschen Anstieg und dann letzten, boah, sag, wie viele Kilometer waren das? So die letzten zwei Kilometer, drei, oder die letzten fünf Kilometer so leicht wellig. Hast du es auch gesehen, Thomas? Ja, da hat es mich wirklich gefreut, dass es für die Ausreißer mal geklappt hat. Also ganz knappe Kiste, aber am Ende dieser Nicolás Tevani vom Team Agrupación Virgen de Fatima. Oh Gott. Ja, also jemanden, den man da so nicht, auch bei so einer Rundfahrt nicht vorne erwartet hätte und für den ist es natürlich ein Riesenerfolg. Ja. Noch besser ist der Name von dem Team des zweiten. Agico Continentala Musipliada de Poquito. Also da hat man auch einiges auswendig zu lernen, wenn man da Pressesprecher ist. Genau, also drei Mann sind sozusagen als Ausreißer durchgekommen. Danach Sam Bennett, den wir auch schon mal hier hatten, als erster der Geschlagenen. Ja, aber da haben wir letztes Mal so eine Theorie aufgestellt oder ein bisschen rumgesponnen. Da kann der Chris uns jetzt vielleicht zu antworten, wie der Sam Bennett das jetzt aufnimmt, dass dann doch die großen Rundfahrten weitgehend mit Peter Sagan und Pascal Ackermann besetzt sind. Puh, also finde ich jetzt erstmal auch eine ziemlich harte Ansage. Ich meine klar, Peter Sagan kann sich mehr oder weniger seine Rennen aussuchen. Da wird auch jeder Fahrer auf der Welt wahrscheinlich damit einverstanden sein, weil er nun mal mehrfacher Weltmeister war. Dass Pascal Ackermann letzte Saison eine überragende Saison hatte, ist sicherlich auch klar. Und gut, er ist Deutscher, es ist ein deutsches Team, dass man da natürlich auch versucht, die deutschen Fahrer so ein bisschen in den Vordergrund und in den Fokus zu rücken. Verständlich, allerdings natürlich auch hart für Sam Bennett, wenn man überlegt, dass er letztes Jahr auch einige große Rennen und einige gute Tage hatte. Ja, ist es natürlich bitter, weil so ein Fahrer, der ist jetzt, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, ich denke, er müsste 29 sein oder 28. Also sagen wir mal, altersmäßig und von seinen Fähigkeiten jetzt ziemlich nah am Zenit, dann ist es natürlich schon bitter, wenn man noch dazu den eigenen Eindruck hat, möglicherweise, dass man gerade super drauf ist, wenn man dann plötzlich gesagt bekommt, okay, die und die Rennen, die werden es alle nicht, weil wir dürfen uns jetzt auch nichts vormachen, wenn er jetzt bei den großen Rundfahrten da nicht am Start ist. Er wird jetzt auch nicht groß die Möglichkeit haben, bei den Klassikern oder so weiter da groß in Erscheinung zu treten, weil dann auch wieder Peter Sagan wieder da ist. Von daher ist da die Frage, was bleibt denn dann übrig und reicht, dass einem Sam Bennett auf Dauer, wenn er möglicherweise nur bei einem Tireno Adriatico, bei, was gibt es noch bei einer Tour de Romandie oder sonst einer, ich sage es mal, kleineren Rundfahrt im Vergleich zu den drei Landesrundfahrten da wirklich nur noch in Erscheinung treten darf. Also ich würde dann eher davon ausgehen, dass er sich da in der Zukunft ein anderes Team sucht. Ja, aber ich meine, du hast ihn doch schon mal interviewt, also ist das ein Stinkstiefel oder macht er keinen Ärger dann im Team? Also ich hatte die Erinnerung, vielleicht darf ich das kurz dazwischenwerfen, ich hatte die Erinnerung, dass er sich bei, dass du ein Interview hattest und dass er sich am nächsten Tag entschuldigt hat, weil er schnell weg musste zur Siegerehrung und deswegen das Interview abgebrochen hat. Also das war so meine Erinnerung, aber wie das ist. Es ist tatsächlich so, das war damals, er hat ja 2015 bei der Bayern-Rundfahrt zwei Etappen gewonnen und eben nach seinem, ich glaube, nach seinem ersten oder nach seinem zweiten Sieg, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war der zweite Sieg, habe ich ihn interviewen wollen und dann wurde er zur Siegerehrung gerufen. Das heißt, da war ich natürlich dann ein kleines Licht und wenn die Siegerehrung ansteht, steht die Siegerehrung an. Also wir mussten das Interview mehr oder weniger in der Mitte beenden. Am nächsten Tag stand ein Zeitfahren auf dem Programm, das er jetzt nicht sonderlich ernst genommen hat, auch wenn er zu dem Zeitpunkt gesamtführender war, weil ihm klar war, das wird er nicht gewinnen können und auch nicht weit vorne landen. Und da hat er dann wirklich die Zeit und hat sich dann tatsächlich auch entschuldigt, dass er am Vortag jetzt nicht so die nötige Zeit hatte. Aber ich meine, gut, da hatte jeder Verständnis. Fand ich trotzdem einen sympathischen Zug. Ich schätze ihn jetzt auch nicht so ein, dass er da jetzt ein Stinkstiefel ist. Worauf man aber vielleicht da auch noch achten sollte, was man noch in dem Zusammenhang erwähnen sollte, das war natürlich damals auch eine andere Situation. Er war damals 24, 25. Das Team war von den ganzen Strukturen her doch noch deutlich kleiner, familiärer und er war da gerade auch erst am Anfang seiner Karriere, hatte so seine ersten Erfolge. Möglicherweise wird er sich sicherlich jetzt, nach den Siegen, die er in der Vergangenheit hatte, auch vielleicht einen anderen Anspruch haben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da unzufrieden ist, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass da im Team jetzt irgendein Unfrieden dadurch entsteht. Also ich denke, er wird da eher so seine eigenen Rückschlüsse ziehen. Ich meine, die Situation hat man ja tatsächlich schon häufiger mal. Also ohne, dass ich jetzt auf das Verhältnis von Greipel und Cavendish damals beim Team Columbia eingehen will. Ich meine, Greipel, das hat dann auch das Team verlassen, unter anderem, weil er bei den großen Rennen da nicht eingesetzt wurde. Ja, aber für mich wirkt das ein bisschen so, wenn jemand damals schon, also gerade als junger, aufstrebender Fahrer und so weiter, so einen Charakter hat, so kann man sich am nächsten Tag bei jemandem, den er noch nie gesehen hat, vor dem er nur aufgrund seiner Körpergröße ein bisschen Angst haben könnte, sich entschuldigt dafür, dass er zur Siegerehrung musste. Also das zeugt ja jetzt schon mal davon, dass es jemand ist, der zumindest sich im weitesten Sinne des Wortes zu benehmen weiß. Und das scheint mir zumindest eine gute Voraussetzung zu sein, und dass es in dieser Saison da nicht übertrieben viel Ärger geben wird im Team. Ob das dann in der zukünftigen, in der nächsten Saison dazu führt, dass er woanders sich den Platz sucht, kann ich mir auch gut, also würde, glaube ich, jeder gut verstehen. Einschließlich der Leute, die da beim Team für ihn zuständig sind, da kann man ihm keinen Strick draus drehen. Und jetzt, also was man bisher mitbekommen hat, also seine Leistungen lassen ja zumindest darauf den Rückschluss zu, dass er nicht schlecht in Form ist. Also insofern, alles gut. Und ich meine, es ist ja einfach eine sehr, nicht lukrativ, wie sagt man, eine sehr komfortable Situation für sie. Also einfach noch einen dritten Sprinter in der Hinterhand zu haben, muss ja nur einer von beiden sich jetzt mal längerfristig verletzen. Und das war es dann schon. Also insofern. Ja, also ich denke generell, die Sprinter-Abteilung ist beim Team Borra Hansgrohe sehr, sehr stark besetzt. Also neben dem Sam Bennett, dem Pascal Ackermann und auch dem Peter Sagan gibt es da ja noch weitere Fahrer. Ich denke, Rüdiger Selig wird größtenteils zwar als Anfahrer eingesetzt, aber das ist auch ein Mann, der bei den großen Rennen zumindest in die Top Ten fahren kann. Champi Drucker ist jetzt auch nicht der Langsamste. Also ich glaube, da sind sie super besetzt. Aber dann haben wir jetzt schon vorweg gekroffen, also die letzte Etappe, es war glaube ich ein Rundkurs, wenn ich das hier richtig interpretiere, auf der, im Profil von San Juan nach San Juan, dementsprechend im Sprint entschieden von Sam Bennett, Gesamtklassmord gewonnen durch Winner Anaconda, von Julian Anaphilippe, vor dem ewig jungen Oscar Sevilla. Ich glaube, viel mehr muss man zu dieser Rundfahrt dann auch nicht an Worten verlieren. Es sei denn, er hat Thomas noch irgendetwas in der Hinterhand, was ich vergessen oder übersehen habe. Nö, damit haben wir uns perfekt abgerundet. Sehr, sehr schön. Wenn du schon sagst, wir haben uns perfekt abgerundet, wenn wir deinen Qualitätsansprüchen gerecht werden, dann meinen er es recht. Kommen wir zur nächsten schönen Geschichte, wo gefahren wurde, und zwar auf der Mallorca Challenge. Gut, dass du heute dabei bist, Chris. Auch alles Sachen, wo du ja schon warst. Ich meine, du hast schon mehrfach hier davon berichtet, was für eine schöne Veranstaltung das ist, wie entspannt es dazu geht. Wie hast du dieses Jahr die Mallorca Challenge verfolgt oder was gesehen? Und insgesamt war es ja für die deutschen Fahrer gar nicht die schlechteste, nicht die schlechteste Veranstaltung. Ja, also grundsätzlich, ja, ich war da schon zweimal vor Ort und wirklich, es ist eine schöne Sache. Ich habe es jetzt dieses Jahr nicht ganz so intensiv verfolgt. Ich habe mir da mehr oder weniger abends als die Ergebnislisten angeschaut. Und ja, ein Fahrer, von dem man vielleicht gewohnt war, dass er da gut abschneidet, wollen wir jetzt die einzelnen Etappen durchgehen? Ja, so ganz grob würde ich schon sagen. Also, ja. Die einzelnen Challenges. Ja, die einzelnen Challenges, genau. Es sind ja keine Etappen. Also was jetzt dieses Jahr auf jeden Fall, jetzt sage ich mal, neu war, war, dass wir dieses Jahr wirklich drei Etappen hatten, die ein bisschen knackiger waren, also wo es wirklich auch über die Berge und Hügel ging. In den vergangenen Jahren war es eher so, dass es da doch jetzt eher nur zwei härtere Etappen gab. Also ich gehe davon aus, dass man ein bisschen versucht hatte, auf Mallorca gleich dem Weltmeister hier vielleicht die Bühne zu bieten, um da seinen ersten Sieg im Weltmeister-Trikot zu holen. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber dafür hat jemand anders eine Etappe gewonnen, für den es mich sehr, sehr gefreut hat. Und das war der deutsche Emanuel Buchmann. Und wenn man bedenkt, welche Konkurrenz da doch am Start war, fand ich das eine beeindruckende Vorstellung. Ja, und vom Streppenprofil war es ja jetzt auch keine Kaffeeausfahrt. Also da waren ja schon viele mit dabei. Na, die sind da den Puck Major hochgefahren, quer durchs Gebirge, und da hat sich dann Solo aus dem Staub gemacht und souverän gewonnen. Ja, also Bauke Mollema, Valverde, Herada, Peter Wenning, Tim Wellens, die musst du halt alle erstmal stehen lassen können. Schöne Sache, kann man nur gratulieren. Ich meine, das ist jetzt... Sein zweiter Profisieg nach der Deutschen Meisterschaft. Ah, okay. Also vielleicht gibt es ja auch, wie man so schön sagt, dann doch nochmal irgendwie... Wir haben ja auch immer ein bisschen kritisiert, dass er nicht so explosiv ist, dass er zu defensiv fährt, aber jetzt hat er uns schon mal eines Besseren gelernt. Vielleicht ist das ja auch, irgendwie entsteht da so ein Team-Spirit, der es ihm ermöglicht, da seine Leistung wieder abzurufen. Im vergangenen Jahr war es ja, ich sag jetzt mal nicht das schlechteste Jahr, zwölfter Platz bei der Vuelta zum Beispiel, aber jetzt auch nicht den Anspruch, den er vielleicht an sich selber hat. Aber mein Gott, also man kann schlechter ins Jahr starten. Was sich wahrscheinlich auch Tim Wellens gesagt hat, der am nächsten Tag dann eine, ich will nicht sagen, ja doch, es war schon eine ähnliche Etappe, oder? Also jetzt vom Streckenprofil, von der Art, wie gefahren wurde. Vielleicht ein bisschen schwerer. Ja, also Puchmajor wieder mit drin und dann dieser andere Anstieg noch, 4,5 Kilometer mit 5 Prozent. Aber auch da die ähnlichen Fahrer, wie am Vortag wieder vorne, Valverde, Buchmann, Wellens, die haben wir da alle schon bei der Challenge zuvor gesehen. Wobei Tim Wellens und Buchmann da deutlich nochmal mit einer Minute Vorsprung ins Ziel gekommen sind. Also auch wieder so zwei, die aus einer Ausreißergruppe wahrscheinlich übrig geblieben sind und sich dann da am Ende bekämpft haben, beziehungsweise der eine den anderen hat stehen gelassen. Aber wie gesagt, glaube ich, kann man das Gleiche sagen wie vorher. Buchmann mit einer sehr, sehr guten Form. Und am nächsten Tag dann eher eine Sprinter-orientierte, für Sprinter vorgesehene Etappe. Zwar mit dem Hügelchen zwischendurch, aber am Ende dann noch sehr, sehr flach und man glaubt es kaum, er kann noch gewinnen, Marcel Kittel. Habt ihr die Sektkorken knallen lassen? Oder wie habt ihr diesen Tag gefeiert? Offensichtlich nicht. Chris, hast du nicht die Korken knallen lassen? Nee, also klar, ich habe es jetzt wahrgenommen, dass er da jetzt gewonnen hat, aber das ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht der Anlass, da jetzt groß zu feiern, wenn ein Marcel Kittel ein Sprintrennen auf Mallorca gewinnt, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Weltelite am Start ist und mehr als die Hälfte des Pelotons vielleicht an der Stelle das Ganze zum reinen Einrollen nimmt. Und ich habe, glaube, gefühlt die Hälfte des Pelotons oder die Hälfte der Sprinter war auch schlecht positioniert in diesem ein bisschen komplizierten Sprint. So dass der, wenn du siehst, John Degenkolb achter, Greipel fünfter, Christoph auf elf. Aber immerhin, also er hat im letzten Jahr bei Tireno Adriatico seine letzten zwei Siege geholt, insofern nach, man kann ja fast dann schon sagen, nach einem Jahr endlich mal wieder vorne. Möge es ihm Rückenwind verleihen für die Saison und gucken wir mal. Vielleicht war das ja auch. Ich habe gestern übrigens, völlig aus dem Kontext, also ich würde fast darauf wetten, dass mir, wie heißt der nochmal, hier der Sprintkoordinator jetzt? Zabel. Zabel. Ich könnte fast wetten, dass der mir auf dem Fahrrad entgegengekommen ist, obwohl ich es mir irgendwie gar nicht vorstellen kann. Also jedenfalls jemand auch komplett in Kartuscha gekleidet und irgendwie sah der dem eh nicht. Und sein Sohn wird es ja wohl nicht gewesen sein. Also dafür war der auch ein bisschen... Ja, der hat Bart. Ach, der hat Bart? Nee, dann war es sein Sohn auf gar keinen Fall. Ich hätte es schwören können, aber wisst ihr, wo der wohnt? Wo die Zabels wohnen eigentlich? Also die Familie Zabel? Nee, ne? Also muss man auch wissen, wo Erik Zabel wohnt. Und naja, egal. Vergessen wir das ganz schnell. Ja, aber apropos für diejenigen, die etwas Langeweile haben und sich gerne TV anschauen. Marcel Kittel war neulich in einer Ratesendung, wer weiß denn sowas, zusammen mit Christina Vogel zu Gast. Christina Vogel, Christina Vogel. Helfe nochmal auf die Sprünge. Oh, das ist jetzt aber schwach. Ach, das ist doch hier die... Oh, nee. Die Unschuldigkeit. Vor allem, weil ich nämlich noch dazu auch ein Thema in die Liste gesetzt habe. Ja, ich habe es mit Namen schlecht. Aber dass die zwei... Na, es war ganz witzig. Die waren in so einer Quiz-Sendung, wo die dann zusammen mit, glaube ich, Elton und Bernd Hohecker jeweils ein Team gebildet haben und dann Sachen erraten mussten. Ja, ich finde, als Profisportler kann man eigentlich nur selten gewinnen. Also im Sinne von die Blamage ist da meistens ja dann noch größer, wenn man irgendwas nicht weiß oder so. Aber haben sich gut präsentiert, ja? Hm. Okay. Na, dann... Ja, also... Da, was, ich schreibe hier gerade noch was ins Dokument, deswegen bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert. Ja, das ist doch schön. Er arbeitet dann ja vielleicht schon an der zweiten Karriere. Tier hat dann nachher hinterlegt. Ja, Mallorca Challenge. Mehr kam und sollte man dazu wahrscheinlich auch nicht sagen, oder? Ist irgendwas, was jemand anzumerken ist? Nö, eigentlich jedes Jahr ein nettes Einrollen. Gerade in den letzten Jahren war es vom Wetter nicht immer so gut. Da gab es auch schon andere Jahre. Ich erinnere mich wirklich, als ich da damals vor Ort war. Das war damals zwar noch eine Woche später, aber da hat es in Palma schon 27 Grad. Da hatten die Fahrer dieses Jahr nicht so das große Glück. Nicht so das große Glück? Ja, beispielsweise die Etappe, bei die Wellens gewonnen hat, da muss es ja recht stark geregnet haben. Achso, sagst du meinst, du meinst das ja. Ja, weil es ja genau sein Wetter. Also der würde das gar nicht so mögen, wenn es so warm wäre. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn als nächstes hier im Ablaufplan? Und zwar den oder die, den französischen Saison auspackt, den Grand Prix Marseillais. Richtig ausgesprochen, augenscheinlich von mir. Ja, ist sowas wie der französische Saisonstart, um es mal sehr, sehr, sehr einfach zu sagen. Und ein Tagesrennen startet, wo starten die nochmal? Dann helft mir auf die Sprünge. In Marseille und enden in Marseille. Genau. Genau, so ein Rutschstreckenrennen. Ja, ein paar Hügelchen rund um Marseille werden mitgenommen, aber ansonsten auch, ja, also fahren einmal so ins Landesinnere wieder rein und aus dem Landesinnere und dann wieder raus. Ganz einfach. Und ja, irgendetwas Besonderes zu vermelden oder reicht es, wenn wir sagen, dass, wie wird er genau ausgesprochen? Anthony Turgis. Turgis. In einem Zweiersprint gegen Romain Corbeau gewonnen hat. Aber für die Franzosen ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges, prestigeträchtiges Rennen, weil es ihr Saisonauftakt ist, auch Saisonauftakt ist und vor allem für die kleineren französischen Teams wie jetzt Delco Marseille oder ja, Direct Energy, was schon ein größeres Team ist, aber ja, es ist natürlich auch immer wichtig, sich da vorne zu zeigen. Aber hast du Bilder davon irgendwo gesehen? Weil ich hab, also da hab ich jetzt wirklich gar nichts. Ja, das ist immer mein jährliches Highlight. Es gibt von diesem Rennen keine TV-Bilder. Es gibt immer nur eine fest installierte Zielkamera, wo dann Daniel Mangias, dieser ehemalige Tour de France-Sprecher, ins Mikrofon brüllt wie ein Bekloppter und man sieht die Fahrer auf dieser zwei Kilometer langen Zielgeraden immer näher kommen und die Stimme des Streckensprechers wird immer lauter. Ah, das erinnere ich mich ja noch, dass wir da auch irgendwann mal, glaube ich, die Zieldurchfahrt verlinkt hatten. Naja, also haben wir den französischen Saisonauftakt auch mit dabei, bevor wir dann jetzt zu einer etwas größeren Veranstaltung zumindest kommen, der Valencia-Rundfahrt. Traditionelles Rundstreckenrennen in und um Valencia, also Spanien, um genau zu sein, wenig überraschend. Und wen hatten wir denn? Da gab es doch auch jährlich schon immer tolle, also bekannte Sieger, großes Starterfeld. Und in diesem Jahr fing es an mit einem Einzelzeitfahren von Orihuela. Ansatzweise ist es nicht richtig ausgesprochen. Grüne Art. Zurück nach Orihuela. Relativ einfach, relativ flach mit einem minimalen, mini, mini, minimalen, ich sag mal, Hügel am Ende, oder das ist kein Hügel, da geht es nur leicht bergauf. Von der Technik her sehe ich, sieht man zumindest in den, wenn man sich das auf der Karte anguckt, nicht ganz einfach, also nicht irgendwie topfgerade, sondern schon ein paar 90 Grad Kurven. Hier mal einen Kreisverkehr, der dort mal, also eigentlich eher was, wo ich gesagt hätte. Ja, im Prinzip ein Bolzerkurs bis auf diesen letzten 600 Meter langen Schlussanstieg. Und die Rundfahrt wurde ja zwischen 2009 und 2015 nicht ausgetragen. Bemerkenswert dabei natürlich auch wieder, dass Alejandro Valverde die Rundfahrt schon davor zweimal gewonnen hat, nämlich 2007 und 2004 und danach nochmal 2018. Also der ist da Seriensieger und dieses Jahr auch wieder zweiter geworden. Aber bei dem besagten Zeitfahren halt, ja, vielleicht ein bisschen überraschend für viele Leute, dass Edwald Boas von Hagen mal ein Zeitfahren gewinnt. Wobei er schon immer, also er war ja kein schlechter, er ist halt so ein so ein Tempo-harter Mann, sage ich mal vorsichtig. Und ich finde, also du meintest jetzt, das wäre so eine Strecke gewesen für Leute, die gut Gas geben können. Also finde ich gar nicht so unbedingt. Also klar, am Ende kommt dieser Anstieg, mit sogar drei, vier Haarnadelkurven, aber auch schon vorher, hier mal ein Kreisverkehr, dort mal ein Kreisverkehr, da mal 90 Grad links, 90 Grad rechts. Also so ganz so einfach war der Kurs zumindest für so 10,3 Kilometer nicht. Und deswegen finde ich das jetzt noch nicht mal so eine riesige Überraschung, dass Boston Hagen da weit vorne ist. Ich meine, wenn man sich auch die anderen Fahrer da mal anguckt, Isagiere ist ja jetzt auch kein ausgewiesener Zeitfahrer, oder? Also ist schon ein guter Zeitfahrer. Ja, ein guter, aber... Also ich war tatsächlich überrascht, dass Edwald Boston Hagen da so gut zurechtkommt. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hinten raus, das darf man auch wirklich gar nicht unterschätzen. Das waren jetzt zwar, meine ich, nur so 900 Meter, aber das war streckenweise gar nicht mal so flach hinten raus. Also da war es schon recht steil. Und er ist da aber, das hat man schon an den TV-Bildern gesehen, wirklich mit einem super Rhythmus da hochgefahren. Und was man vielleicht vorab hätte denken können, da ist jetzt so die reinen Bolser, zu denen ich jetzt auch den drittplatzierten Toni Martin jetzt mal dazuzählen würde, dass die vielleicht hinten raus eingehen. Das hat sich bei Edwald Boston Hagen wirklich jetzt nicht bestätigt. Er konnte da wirklich viele, viele Fahrer, die man aus meiner Sicht im Vorfeld hätte doch ein bisschen stärker einschätzen können. Die hat er alle weghalten können. Und ich bin da schon wirklich gespannt, wie er sich da jetzt schlägt, wenn es dann mal Richtung Klassiker geht. Weil er hat ja schon vor einigen Jahren immer mal wieder gezeigt, damals auch noch bei Columbia, was wirklich in ihm steckt. Er hatte dann ein paar Jahre bei Sky, wo er auch die eine oder andere gute Platzierung hatte. In den letzten Jahren wurde es ein bisschen ruhiger. Aber ich denke, wenn er die Leistung, die er da auf der ersten Etappe da gebracht hat, wenn er die umsetzen kann, auch bei den Klassikern, dann könnte da ein bisschen was gehen. Irgendwie so kurios finde ich das. Also es ist ja oft so, dass so ein Fahrer nach einer Durststrecke durch einen Teamwechsel oder Umfeldwechsel oder so etwas wieder zur Alterklasse zurückfindet. Aber bei ihm geht es ja auch einfach so weiter. Also er ist ja einfach, er ist jetzt bei, im Prinzip seit 2015, bei diesem Team beziehungsweise den Nachfolgeteams. Also da hat sich ja jetzt nichts groß geändert. Umso besser, dass er da jetzt wieder in den Tritt kommt und es war ja immer Aber ich glaube, er hatte letztes Jahr ja auch diese Operation, wo ihm doch die Galle komplett entfernt wurde und dadurch ist die Klassikersaison entfallen, mehr oder weniger. Um Gottes Willen, das klingt nicht nach Spaß. Aber wenn ich es richtig weiß, fahren die jetzt dieses Jahr auch ein anderes Modell, was die Räder angeht. Serio? Da wurde, glaube ich, was mitgeteilt. Aber das, also weiß ich nicht, ob das, also kann natürlich einen Einfluss darauf haben, aber würde mich jetzt wundern, wenn das so dem, also weißt du, so dem entspricht, also so Bahn brächt. Ob das wirklich viel ausmacht, manchmal sind es ja Kleinigkeiten, man weiß es ja nicht. Ja, also möchte ich gar nicht abreden. Also ist jetzt zum Beispiel so eine Information interessant, wusste ich so nicht. Das ist, glaube ich, mit der Galle, also wenn ich mir jetzt so hier angucke, was in letztes Jahr gefahren ist, ist, also er hatte einiges ausgelassen, aber so richtig viel nicht, also war eigentlich bei vielen Sachen dabei. An wann seine Galle nicht mehr dabei war, werden wir nicht wissen. Nee, aber ich glaube, die sind sogar mit BMC-Rädern jetzt unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Und dann ist es nämlich genau diese Mannschaft, wo ich mich gewundert habe, weil da eigentlich der Sponsorenname durch den Ratersteller-Namen überdeckt wird. Wenn man sich da mal die Krikos von denen anguckt, denkt man, das ist das Team BMC. BMC. Was? Was? Da muss ich jetzt nochmal hingucken. Wieso denkt man, das ist das Team BMC? Da steht doch Dimension Data groß drauf. Ja, aber auch BMC. Ja, aber steht ja rechts oben auch Assos. Die sind ja auch eine der wenigen, die von Assos gesponsert werden. Also finde ich jetzt nicht so groß verwunderlich. Also jedenfalls in dem aber vielleicht geben die neuen Assos Hosen ihm ja auch genau den Esprit oder die ich glaube beim Team, wenn ich das richtig mal verstanden habe, beim Team Dimension Data hat sich im Hintergrund auch einiges geändert. Vielleicht hat das ja auch den nötigen Auftritt. Wie auch immer, also guter Mann soll man so weitermachen. Wir freuen uns über gute Ergebnisse von ihm. Sage ich einfach mal so dazu. Ja, mich hat das wie gesagt nur irritiert, weil die das so riesig auf den Ärmeln stehen haben. Also das sieht man eher im TV als den Brustbereich irgendwo, wo dann Dimension Data steht. Also so ein bisschen existiert da das Team BMC für mich weiter in gewisser Weise. Ja, oder eher, ich würde sagen, aber glaube ich eher Fusion nennen. Oder dass zumindest der Radhersteller BMC seine, wie soll man sagen, seine, sein Engagement dahin verlagert hat. Das ist das, was mir nicht einfällt. Ja, also, schön weitermachen. Immer so weiter. Wo waren wir jetzt? Ich habe jetzt gerade durch das Hin und Her. Etappe zwei sind wir jetzt. Ja, genau. Alicante nach Alicante. Eine Sprintankunft, die aber dann doch recht, wie soll man sagen, tricky war, weil dieses Finale recht verwinkelt war mit zwei Schlusskurven und einer, der sich das ganz genau angeguckt hatte, schon davor, war Matteo Trentin und der Staue Fuchs ist da als erster durch diese Kurvenkombination durchgestartet und ja, da kam selbst ein nasser Buani nicht mehr vorbei, ob schon sich die beiden da ins Gehege gekommen sind. Also, da gab es ein, zwei leichte Rempler, aber diesmal ist alles glimpflich ausgegangen, wenn Buani dabei ist. Und wenn er dabei ist und es geht glimpflich aus, das muss ja schon einiges heißen. Er ist ja nicht als Kind von Traurigkeit bekannt. Du hast noch eingetragen vorher Jumbo, wie wir es ja jetzt richtig aussprechen, mit fragwürdiger Taktik. Was verstehe ich darunter? Ja gut, da gab es ja, wie man auf dem, wie wir jetzt hier bei uns auf dem Profil auch sehen können, so einen kleinen Anstieg drin in der Etappe und da war es so, dass Dylan Gronewegen eliminiert wurde, sprich aus dem Feld rausfiel. Dann hatte man die ganze Mannschaft zurückgepfiffen und zu dem Zeitpunkt war Toni Martin Drittplatzierter im Gesamtklassement und man hatte dann, ja, diese dritte Gesamtklassementsposition von Toni Martin aufs Spiel gesetzt, wenn man da nicht mehr reingekommen wäre. Also, die sind da wirklich erst fünf Kilometer vom Ziel oder so wieder ins Feld reingefahren mit der ganzen Mannschaft und ja, da kann man sich dann überlegen, ist es sinnvoll, vielleicht so eine Position herzuschenken, weil man da dementsprechend am nächsten Tag dann auch in der Mannschaftskolonne dann schlechter platziert ist. Also, hätte man vielleicht drei, vier Fahrer zurückpfeifen können und Toni Martin vorne belassen können und dann hätte das wahrscheinlich auch geklappt. Aber sag doch ein bisschen was aus über den Stellenwert, den Toni Martin in deinem Team hat vielleicht. Das habe ich mir halt auch gedacht. Also, ganz klar, ja, für mich so eigentlich Tempo-Bolzer. Ja, aber kann er ja. Also, wenn du ihn dafür anstellst und er macht es, dann ist er auch richtig. Also, aber, also als Siegfahrer wird er da wohl nicht mehr gesehen oder als ein Einfahrer, den man als Ass noch im Ärmel haben könnte. Da haben wir letzte Sendung schon gesagt, dass er selbst von sich gesagt hat, er möchte gerne zu seinen Zeitfahrerfolgen zurückkehren. Fand ich jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen mit Skepsis beobachtet, aber das erste Resultat in diesem Zeitfahren bei der Valencia-Rundfahrt war ja jetzt gar nicht so schlecht als Drittplatzierter. Und vielleicht sieht er ja solche Manöver als durchaus gutes Training einfach. Also, vielleicht ist ihm das auch ganz recht, da gar nicht den Druck zu haben, außerhalb der Zeitfahren irgendetwas zu machen, außer Kopf runter und Bolzen. Der vierte, nee, wir sind bei der dritten Etappe, glaube ich. Abhilffinisch, wenn ein Van Avermaat bei einem Abhilffinisch mit am Start steht, muss man ihn immer zu den Siegkandidaten zählen. Genauso wie Valverde, Luis Leon Sanchez, also da waren halt die typischen Vertreter, die auch bei, keine Ahnung, Lüttich, Bastoni, Lüttich da am Start stehen, am Ende vorne wären, mit dabei. Und insgesamt recht schwierige Etappe, wie ich finde, also vom Profil her schon ordentlich. Ja, aber Edward Borst von Hagen hat es an dem Tag dann noch geschafft, sein Trikot zu verteidigen, kam zeitgleich mit dem Sieger Greg von Avermaat ins Ziel. Ja, aber am nächsten Tag natürlich dann bei dieser schweren, schweren Ankunft war es dann um ihn bestellt. Am Alcal... Wie spreche ich mal das? Alcala Alcocebre. Richtig? Alcocebre, ja. Das war dann die Etappe Nummer vier direkt. Ja, Christa, hätte es fast gereicht, oder? Ja, und ich bin auch immer noch so ein bisschen der Meinung, dass das der Herr Valverde an der Stelle wirklich mal dumm verbockt hat, dass er an dem Tag die Etappe hätte gewinnen können. Die Gesamtwertung wäre weg gewesen, die war vorher aber auch schon weg, weil es da einfach zu geringe Abstände jetzt auf der Etappe nur hätte geben können. Allerdings, er hat den taktischen Fehler gemacht, als Adam Yates vorne Gas gegeben hat, dass er zu lange am Hinterrad von Jon Isagiri geblieben ist. Und Jon Isagiri konnte dem Tempo von Adam Yates nicht folgen. Und als Valverde dann an Isagiri vorbei ist, war leider die Distanz zum Ziel ein bisschen zu kurz. Deshalb hat es leider nicht gereicht. Fand ich sehr, sehr schade, weil das, ja, hätte ihm vielleicht auch ein Stück weit den Druck, wenn er sowas wie Druck überhaupt verspürt nach der langen Karriere und den großen Erfolgen, hätte den Druck möglicherweise auch früh nehmen können, da ein Weltmeistertrikot zu gewinnen. Ja, ansonsten, ja, Boers und Hagen hat an dem Tag dann sein Führungstrikot verloren an Jon Isagiri, wobei ich sagen muss, er hat sich immer noch achtbar geschlagen als Zwanzigster und konnte sich da immer noch in den Top Ten halten. Ja, vor allen Dingen, klar, in solch einer steilen Wand hat natürlich Edwald Boers und Hagen nicht die Fähigkeiten, um dann mit einem Valverde, mit einem Yates mitzufahren. Was mich aber überrascht hatte, war an dem Tag beispielsweise sechs platzierte Sergio Iguita Fundación Eoschkadi, also das ist auch ein Fahrer, der da, ja, zum ersten Mal, finde ich, so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, also von dem wird man mit Sicherheit noch mehr hören, 21 Jahre ist. Ist das denn jetzt schon so ein bisschen hier, der, wie soll man sagen, muss man jetzt noch mehr Angst schon haben von den Yates-Brüdern? Adam Yates, Simon Yates, also das Adam Yates auch schon. Ich habe ja im letzten Jahr schon gesagt, dass ich eigentlich Adam für den Talentierteren der beiden halte. hat mich dann Lügen gestraft, weil Simon Yates dann die Vuelta gewonnen hat und auch beim Giro lange sehr aussichtsreich im Rennen war. Aber ja, wenn Adam Yates sein Potenzial abruft, dann sind die beiden unausrechenbar. vielleicht hat er sich gedacht, komm, ich lasse meinen Bruder jetzt das erste Jahr und ich mache dann das nächste Jahr, richtig. Vielleicht stand ja auch der Zwilling am Start, das weiß man ja nicht. Du meinst, die sind eigentlich nur einer? Wir haben ja schon mal die Theorie gesprochen, dass das, ob das gehen würde, dass die einen Tag der eine startet, den nächsten der andere, also das mitkriegen würde. Das wäre witzig. Das wäre doch überhaupt mal ein Rennformat. Weißt du? Meinst du ein Zwilling-Rennen? Ja, das grundsätzlich, aber ich glaube, da wäre das Feld sehr beschränkt. Nee, aber man könnte ja auch so grundsätzlich bei einer Rundfahrt mal, wir sagen ja immer, die Teams müssen kleiner werden, aber für die Fahrer soll es nicht so anstrengend sein und so weiter und so fort. Mach doch mal eine Rundfahrt, also es muss ja nicht direkt eine von der Grundtouren sein. Jedes Team nur sechs Fahrer, aber dafür darfst du einen neuen Fahrer mitnehmen und die durchwechseln. Hm. Wäre mal was für diese Hammer Series beispielsweise auszuprobieren. Und du hast halt irgendwie zwei Kapitäne, die du vorher benennen kannst. Das müsste man auch mal genauer durchdenken. Ich sehe da so ein paar Punkte, wo ich das vielleicht nicht ganz durchdacht habe, weil der Entführende, der darf sich einen Tag ausruhen, dann muss er aber... Ja, aber dann müsstest du ja eine Teamwertung machen, um die es dann geht. Ja. Nee, keine Teamwertung. Irgendwie man... Es wird immer der Beste in der Mannschaft gewertet. Weißt du, wenn du mit neun Fahrern an... Also weißt du, die Leute sind namenlos, die werden nur durchnummeriert von eins bis neun, ne? Und wenn die an den Start stehen, kriegt der die... Ja, aber dann kannst du ja am Ende nicht sagen, Chris Froome hat die Tour de France gewonnen, weil er die dann zusammen mit jemand anderes gewonnen hat. Nee, der Chris Froome könnte meinetwegen die ersten, sagen wir mal, es sind zehn Etappenrennen, könnte die ersten neun Etappen, ja, als Nummer eins starten und wenn am Ende Gerard Thomas die Nummer eins trägt, dann hat der die Rundfahrt gewonnen. Also das Team... Und was hat Froome denn davon? Bitte? Was hat Froome denn davon? Nix. Hat er bestimmt Bock drauf. Was? Hat er bestimmt Bock drauf. Schlag's doch mal vor. Ja, es geht ja, es ist ja jetzt nur, ist ja noch nicht ins Reine gesprochen, so das Konzept. Das wäre so die Möglichkeit für Marcel Kittel und Tony Martin die Tour de France zu gewinnen. Nee, ich hab's noch viel besser. Es wird auf jeden Fall Olek Tinkoff sich selber am letzten Tag ins Führungstrikot einwechseln. Man müsste nur nach Paris einfahren. Naja gut, ihr seid doch sonst immer die mit den bekloppten Ideen. Kann ich da auch mal da haben. So, kommen wir zur fünften Etappe. Zur letzten Etappe von der Valencia-Rundfahrt. Der Fahrer, dessen nahm ich auch immer schlecht, Krohne Wägen, gewinnt sozusagen, du hast geschrieben, auf dem letzten Zacken, auf dem Zahnfleisch, auf der letzten Rille, hat das letzte Ritzel ausgepackt und hat damit die Rundfahrt sozusagen als Sprinter noch gewonnen vor Christoph, äh, nicht die Rundfahrt, sondern die letzte Etappe vor Christoph, Trentin, Buhani und den anderen Sprinter-Kollegen. Ja, aber wir sagen es ja auch hier immer wieder, wie wichtig das auch ist für diese Sprinter, ja, so einen Panthersprung zu trainieren, weil genau mit dem hat Krohne Wägen auf den letzten Millimetern dieses Rennen noch gewonnen und Alexander Christoph, na, sah für mich nicht so richtig aus, als würde er das Vorderrad noch so optimalerweise nach vorne schieben, von daher hat das vielleicht den Ausschlag gegeben an dem Tag. Und unterstreicht auch das, was du beim letzten Mal gesagt hast, ne, wie viele Sprinter diese Saison eigentlich was gewinnen können, ne, also dass der Topf an guten, guten Preisverdächtigen oder Gewinn, Sprintern mit Gewinnmöglichkeit dieses Jahr ausgesprochen groß ist, wo ich ein bisschen daran gezweifelt habe, aber das bestätigt sich immer mehr. Insgesamt, Gesamtwertung ging dann an, äh, schon wie vorher angekündigt, Ion Isagire. Ach, ansonsten, ne, du hast eben schon den Fahrer angesprochen, Sergio Higuita oder so ähnlich ausgesprochen, hat er noch die Juniorenwertung, ähm, gewonnen, vielleicht auch nochmal als Randnotiz, gar nicht so unwichtig. und, ich denke mal, ähm, wir gehen dann einfach mal in die nächste Veranstaltung, von der ich auch mal wieder nicht weiß, wie man sie exakt ausspricht, aber dafür habe ich ja euch. Etoile de Besiche, also der Stern von Besiche. Bitte, der Stern des? Der Stern von Besiche. Ah, schön, schön, schön. Dann, äh, Ja, ist auch ein, mehr Etappenrennen, vier Etappen, in diesem Falle, ähm, auch, wie gesagt, wie schon dieser Grand Prix La Marseillaise, äh, eine sehr prestigeträchtige Angelegenheit für die französischen Fahrer, die haben es auch komplett unter sich ausgemacht, sprich, vier Etappensiege von Franzosen und auch die Rundfahrt von einem Franzosen gewonnen. Ähm, vier Etappensiege, warte, helfen wir mal auf die Sprünge, ich habe gerade hier den Faden verloren, äh, sind aber auch alles jetzt, äh, waren jetzt keine besonderen, also erwähnenswerten Etappen, ne? Also zweifach Etappen. Ja, aber was ich schon erwähnenswert, erwähnenswert fand, dass jetzt Christoph Laporta, ähm, Zeitfahren gewonnen hat. Hm, das war am letzten Tag, richtig? Ist ja eigentlich ein Sprinter. Ja, und mit Bauke Mollema, Sepp von Marke, sind jetzt auch nicht... Ludwig Sonne ist jetzt auch kein schlechter Zeitfahrer, Langefeld. Kein Kanonenfutter dabei gewesen. Aber, muss man ja auch gucken, also wenn ich mir das Profil des Zeitfahrers angucke, so ab zwei Dritteln ging es dann auch bergauf ein bisschen, ähm, ich finde ja auch, was ich früher total unterschätzt habe, Dass man sich auch mal wirklich dann einfach so die, ähm, das Profil des Ganzen anguckt, ne, auch da wieder wirklich, äh, also, so eine Strecke, die man hin und zurück gefahren ist, das heißt also einmal komplett Tempo rausnehmen, 90 Grad Kurven und so weiter und so fort, ne, also, auch schon kein untechnisches Zeitfahren für diese 10 Kilometer wieder. Ne, und vielleicht ist da so ein Sprinter, der einfach schnell antreten kann, schnell auf Geschwindigkeit kommen kann, beschleunigt und so weiter, gar nicht so sehr im Nachteil bei diesen kurzen Strecken. Was uns, was ja auch immer wieder, unser Plädoyer für ein langes Zeitfahren bei Veranstaltungen, ähm, unterstreicht. Gut, gut, ähm, mehr gibt es da aber auch nicht, äh, was man besonders erwähnen müsste, meiner Meinung nach. Entschuldigung. Nö, aber dann bleiben wir doch gleich an der Mittelmeerküste. Ja, in der Gegend. Gerade einmal, ich muss kurz einmal husten. Entschuldigung, aber bleiben wir bei der Mittelmeerküste, nur wechseln quasi von den Franzosen rüber nach Italien. Äh, Quatsch, äh, Nonsens, hab, hab zwei Landstriche verwechselt. Äh, wir bleiben in, wir bleiben in Frankreich und gehen in die schöne Provence. Das war man eigentlich doch, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Ja, im Prinzip ist es dieselbe Gegend, ähm, aber, ähm, die Tour de la Provence, also auch wieder so ein kleines Rennen, ein bisschen, ja, besser noch besetzt, jetzt als der Étoile de Bessage und, ähm, sehr, sehr erfreulich, heute die letzte Etappe, gewonnen von John Degenkolb, der dadurch, ja, einen sehr guten Saison entstand hatte. Waren insgesamt wie viele Etappen? Das waren auch vier Etappen. Auch wieder Zeitfahren, dann, äh, vier Bergetappen. Heute, ähm, letzte Etappe, auch immer so wellig, also, ne, das war, war vielleicht auch ein gutes Degenkolb. Ähm, ich glaube, er wird zwischendrin sogar einmal abgehängt, hatte ich jetzt gelesen. Und ich weiß nicht, ob es auf der Etappe war oder auf der davor, wo auch lange Zeit Leonard Kemner in der Ausreißergruppe unterwegs war. Ah, okay. Ganz ehrlich, so genau habe ich das da nicht verfolgt. Aber es sieht zumindest aus, als wäre das immer so rundstreckenmäßig auch was gewesen wäre, ne? Ähm, zumindest die dritte Etappe war, sie hat Rundstreckenprofil, dann gab es bei der ersten Etappe, äh, ein Zeitfahren, ähm, von 8,9 Kilometer, relativ flach, wo Jascha Sütterlin auf dem vierten Platz gefahren ist, sollte man ja auch mal immer, immer mal wieder ein Auge drauf haben, auf den Deutschen im, äh, Movie-Star-Trikot. Ähm, Filippo Janna damals gewonnen. Ja, aber wie du schon sagtest, am Ende, ähm, Gesamtwertung, wo haben wir es hier, ging dann, und dort an Gorka Isagiere, also den Bruder, äh, vom Team Astana, äh, Fossheim-Clark, Toni Galapur, und so weiter und so fort. Da sieht man auch so. Aber auch hier, Astana holt schon wieder einen Sieg. Genau wie im letzten Jahr, trumpfen die auch in diesem Jahr, im Frühjahr auf. Also das scheint was zu sein, worauf sie sich jetzt spezialisiert haben. Sagen sich, hm, früher sind da vielleicht auch noch nicht alle in Topform, aber wir bereiten unsere Fahrer gezielt darauf vor, bei diesen kleinen Rennen. Ja, also einfach direkt mit, äh, mit geladener Waffe schon, äh, ins Frühjahr gehen. Mal gucken, wie, wie lange es dann diesmal hält. Gut, ich denke sicherlich auch ein Aspekt, die Isagiere Brüder sind jetzt neu im Team Astana und kommen da dann doch auf, oder treffen da quasi auf ein paar Fahrer, die dann doch jetzt schon ein paar Jahre dort sind. Da wird es natürlich sicherlich auch drum gehen, ein Stück weit so das eigene Standing innerhalb des Teams zu etablieren oder sich da auch möglichst weit oben in der Rangfolge da zu etablieren, weil es gibt da doch auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal so, gerade was jetzt so die spanischen Fahrer angeht von Astana, schon auch einige, die jetzt quasi, ich sag's mal, ein ähnliches Fahrerprofil haben, wo es vielleicht irgendwann auch mal drum gehen wird, okay, für wen wird denn jetzt in dem oder dem Rennen dann tatsächlich auch gefahren. Definitiv und ich glaube für Yon Isagiere, der mal fand ich bei Bahrain Merida eigentlich gefloppt hat, natürlich auch mit seinem Beckenbruch, den er glaube ich hatte, ein halbes Jahr raus war, aber hat da glaube ich jetzt seinen ersten Sieg nach dieser Tour de France Etappe 2016, und 16, glaube ich, eingefahren bei der Valencia-Rundfahrt. Musia-Rundfahrt, Musia, das ist doch, schlag mich, wenn ich falsch liege, aber das ist doch eigentlich immer diese Valverde-Geschichte, weil er aus der Gegend kommt. Das ist ein Valverdes Garten quasi. Garten, ja, in seinem Garten hat der eine Hollywood-Schocke wahrscheinlich stehen und ganz, ganz viele hier Sandkästen, damit jedes Kind seinen eigenen Sandkasten haben kann. Musia-Rundfahrt hat er auch, glaube ich, Christoph, was ist auswendig, wissen, bevor ich nachgucke, wie oft gewonnen? Ach, keine Ahnung, ich hätte jetzt mal geschätzt, viermal, vier, fünfmal, sowas wahrscheinlich. Also, was sicherlich erfreulich ist, also Musia-Rundfahrt wurde in den letzten Jahren ja auf verschiedenste Arten ausgetragen. Früher war es wirklich mal eine fünftägige Rundfahrt, dann wurde das mal reduziert auf drei, zwei, zuletzt dann auch auf einen Tag, was erfreulich ist, dass es jetzt dieses Jahr zumindest mal wieder zwei Etappen waren. Also, dass es da auch mal so ein Trend gegen die Verkürzung, Reduzierung von Rennen gibt, finde ich toll. Es war jetzt Etappe eins, als ich das Profil das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so ein Ding für die Sprinter und auf Etappe zwei wird das Ding wahrscheinlich ausgefahren zwischen den, jetzt mal Klassiker-Fahrern sozusagen. Und dann habe ich am Ende von Tag eins mir dann das Ergebnis angeguckt und da habe ich dann nicht blöd geguckt. Also wirklich die Crème de la Crème, der Favoriten für die Rundfahrt, sage ich jetzt mal, ganz vorne und auf Position eins, zwei und drei jeweils ein Astana-Mann. Also, das muss wirklich eine, das muss eine richtige Show gewesen sein. Ja, gleich vier Mann von denen in den Top Ten, also Valverde hat sich da einer ganzen Armada gegenüber gesehen. Wie kam es dazu? Weißt du es, Chris? Thomas, meine ich? Nö, also ich habe das da auch keinen Bewegtbilder gesehen. Also, also es muss wohl so gewesen sein, dass auf diesem einen Anstieg, den es dann dann doch gab, da muss Astana sehr, sehr stark das Tempo erhöht haben. Das waren jetzt nur 4,2 Kilometer und knapp 5 Prozent. Also, sagen wir mal, normalerweise jetzt nicht so der ultimative Scharfrichter, aber das Feld hat sich wohl dermaßen reduziert, dass Astana gesagt hat, okay, da ziehen sie jetzt das Tempo weiter durch und sind dann tatsächlich mit ein paar Sekunden Vorsprung auf das Feld mit den Sprintern, ich glaube, Trentin war dann der erste Verfolger von hinten, dann vorne auch angekommen, weil Valverde war vorne mit dabei, hatte am Anfang noch einen Helfer, später dann nicht mehr und das ist natürlich dann eine ganz schwierige Geschichte, wenn du von, wenn bei Astana dann ein Luis Leon Sanchez dabei ist, ein Oma Freile, ein Peo Bilbao und dann noch ein Jakob Vogel, sagen, wenn die dann plötzlich noch anfangen, abwechselnd zu attackieren, dann ist es irgendwann vorbei und dann hat sich, war dann wirklich auch die Attacke von Peo Bilbao, war erfolgsversprechend, weil Valverde musste hinten nachfahren, weil er hätte jetzt gesagt, gut, ich fahre da jetzt nicht nach, dann wäre da wahrscheinlich keiner nachgefahren und dann wäre es sicherlich an Tag 1 der Rundfahrtsieg schon weg gewesen, hat er dadurch natürlich, dass er nachgefahren ist, ein bisschen riskiert, dass er nochmal übersprintet wird am Ende und das ist tatsächlich dann halt auch passiert, von daher Platz 1, 2 und 3 an Astana. Ja, clever gemacht. Nicht nur unter den Top 6, die 4 Fahrer, sondern Top 10, sondern unter den Top 6, also alle die 6, also von den 6 Leuten, die da weggekommen sind und sich quasi vor den Sprintern noch im Ziel eingefunden haben, waren es 6 Leute, das heißt, es war im Prinzip nur, der Fallers Valverde und noch einer von Team Prober. Konrad war es, glaube ich, glaube ich dabei, ja. Also, ja, kann passieren, aber heutzutage auch eher ungewöhnlich, aber da nützt auch der Teamfunk nix. Nee, also Astana ist... Bitte? Thomas zuerst, der hatte gerade weniger gesprochen vorher. Am zweiten Tag sind ja dann Valverde und Sanchez zu zweit angekommen und ich weiß nicht, ob Chris das weiß, dann hat Valverde ja so geklatscht, als Sanchez dann gewonnen hat. War das jetzt höhnisch oder war das, weil das sein Freund irgendwie ist? Also, die zwei kommen sehr, sehr gut miteinander aus, also Valverde hat auch gesagt, Luis Leon Sanchez ist sein bester Freund mit dem Peloton. Von daher, es gab schon in der Vergangenheit schon häufiger mal solche Situationen. Wenn wir uns letztes Jahr an die Valencia-Rundfahrt erinnern, da ist ja Valverde mit Luis Leon Sanchez und Jakob Fugelsang rausgefahren. Und da hat Valverde im Sprint gewonnen. Das war damals ein erster Sieg nach der schweren Verletzung. Da hat Luis Leon Sanchez mehr oder weniger auch applaudiert oder sich für ihn gefreut. Ich denke, ähnlich ist das jetzt auch in dem Fall zu werden. Es ist zwar schon überraschend, dass Valverde im Sprint dann gegen Luis Leon Sanchez nicht gewonnen hat, weil er ihn sonst da normalerweise im Griff hat, aber ich glaube, auch da ist es einfach taktisch für Valverde ganz, ganz schwer gewesen. Vielleicht hat er ihn ja auch einfach gewinnen lassen. Das hat er letztes Jahr bei der Moersia-Rundfahrt gemacht. Also ich glaube nicht, dass er das dieses Jahr nochmal gemacht hat. Das war halt einfach, die Situation war folgende. Movistar hat bei den frühen Anstiegen das Tempo gemacht. Valverde hat dann beim letzten Anstieg der zweiten Kategorie Gas gegeben. Luis Leon Sanchez hat sich an sein Hinterrad gehängt und hat einfach versucht, so lang dran zu bleiben, wie es mir irgendwie ging. Das hat er nicht die ganze Zeit geschafft. Oben raus konnte Valverde einen kleinen Vorsprung rausfahren. Luis Leon Sanchez kam, dann aber wieder ran. So jetzt ist es folgendermaßen. Luis Leon Sanchez hat natürlich den gesamtführenden P.O. Bilbao im Team und muss da erstmal gar nicht führen. Dann hat Valverde jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er führt wenig mit oder auch nicht mit mit dem Ergebnis, dass P.O. Bilbao wieder rankommt. Der hat einen Vorsprung von drei Sekunden und somit die Rundfahrt gewinnt. Oder Valverde führt mit und hält sich eine Restchance offen, dass er da die Rundfahrt gewinnen kann. Natürlich mit dem Risiko, ähnlich wie am Vortag, dass er halt mehr Kräfte lässt als sein entsprechender Kontrahent. Und so war es dann letzten Endes auch, dass der im Sprint einfach dann am Ende ja noch mehr Körner übrig hatte. Selbst, also den Sprint selbst habe ich jetzt nicht gesehen, aber von der strategischen Ausrichtung würde ich davon ausgehen, dass es so gelaufen ist. Ja, sollen wir noch mehr sagen zu dem Modell? Ja, und bitter natürlich, dass sich Simon Geschke dabei im Sturz den Ellbogen gebrochen hat. Darauf wollte ich hinaus zu diesem unschönen, zu diesem unschönen, unschönen, aber das, wie soll man sagen, ich will nicht sagen Glück im Unglück, aber positive daran, dass, also in dieser Meldung, die ich jetzt verlinkt habe, steht ja, dass er, wenn es gut läuft, in einer Woche schon wieder mit dem Training beginnen kann. Ja, das kann, das klingt für mich, darauf wollte ich dir nämlich gerade hinaus, das klingt für mich so unvorstellbar irgendwie, also, also für mich ist immer Bruch, mein Gott, sechs Wochen oder so, ne? Ja, aber überleg mal, Kedl Evans ist, glaube ich, auch mal zwei Etappen der Tour de France mit einem gebrochenen Ellbogen gefahren. Ja, das sind alles so Sachen, das sind so Superheldenkräfte, die ich mir nicht vorstellen kann, also, finde ich, finde ich, Du kannst ja dann zumindest auf der Rolle trainieren, denke ich, selbst wenn es geschehen ist, und, ja, ich möchte nicht drüber nachdenken, ja klar, also Paris-Roubaix wird das sicherlich damit nicht fahren, aber, natürlich ist es so, es muss halt einigermaßen stabilisiert werden und ansonsten treten kann er ja. Ja, trotzdem, also, vielleicht kann er so ein bisschen an seine Zeitfahrfähigkeiten, ne, wenn er im Endeffekt dann so nicht weniger belastet wird oder so, ähm, trainieren, man weiß es nicht, aber, ähm, kommen wir doch einfach zur nächsten Rundfahrt, äh, nicht Rundfahrt, sondern zum nächsten Rennen und das wäre dann die Klassiker Almeria, ähm, die bei uns auf dem Programm steht, Moment, ich muss so viel Kapitelmarken setzen, weil wir heute so viele Themen haben, ich komme ja gar nicht raus aus dem Kapitelmarken setzen, Klassiker Almeria, Traditionell ein Rennen, das den Sprintern sehr gewogen ist, und, äh, hast du sehr schön gesagt, also, wann gab es denn da keine Sprintern? Ähnlich war es, war es ja auch in diesem Jahr, aber, naja, es war jetzt nicht so super prominent besetzt von den Sprintern her, aber die beiden, die man jetzt vorne erwartet hätte, nämlich Pascal Ackermann und Marcel Kittel haben es dann auch unter sich ausgemacht. Ja, und sympathischerweise hat Pascal Ackermann gewonnen und nicht Marcel Kittel. Ähm, meine Meinung, also nur meine Meinung, sagt das auch schon ein bisschen darüber, was aus, wie es zwischen den beiden, äh, in der Hierarchie sozusagen steht, steht. Kann man schon so sagen? aber was sollen die beiden für eine Hierarchie haben? Hm? Was sollen denn die beiden untereinander für eine Hierarchie haben? Die sind ja in... Ja, als Sprinter für den Deutschen, der BRD, so. Meinst du, der Ackermann zieht dem Kittel den Sprint an? Nee, umgekehrt, bald. Also, jedenfalls aufgrund ihrer Klasse. Hm, weiß ich nicht, aber, ähm, ich denke doch, ähm, dass bei diesen rein flachen Sprints Marcel Kittel von der reinen PS-Anzahl noch mehr auf die Straße bringen kann, als ein Pascal Ackermann jetzt, der dann doch eher bei den Sprints richtig, richtig gut ist, wo es vorher etwas topografierter war. Mhm. Es war, war dort aber dann wirklich ja topflach, die letzten fünf Kilometer, also hat er ihn einfach einmal einen eingeschenkt auf seinem Fachgebiet, äh, um, 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 umso interessanter und umso spaßiger. Ähm, als nächstes direkt die Trofe, wie, Trofeo La Iguiglia. Das klingt nach, äh, in, in meinen Ohren zumindestens, äh, nach Italien. Ja, die italienische Saisoneröffnung, klassisch an der genuesischen Küste, ähm, Trofeo La Iguiglia und, ja, ist ja öfter mal so, dass da, dass es dort Außenseiter Siege gibt, ähm, wenn man sich jetzt auch mal so die letzten Siege anguckt, beispielsweise Fabio Fellini, Andrea Fedi oder auch ein David Cimolay, Moreno Moser im letzten Jahr mit seinem Comeback, sind alles so Fahrer, die man dann jetzt nicht so erwartet hätte und in diesem Jahr, ja, Simone Velasco vom Team Neri Sottoli, ähm, hat gewonnen nach einer langen Solofahrt. Aber war jetzt, muss man noch sagen, also wenn man sich so das Starterfeld anschaut, da ist dann auch jetzt eher die zweite Garde mit dabei, ne? Was ich gerade sehe, Giovanni Visconti, der ist doch auch mal hochgefahren, oder? Der fährt, der sammelt ja jetzt ein Gnadenbrot, ja klar, bei Movistar, bei Rhein, der sammelt jetzt mal ein Gnadenbrot bei Neri Sottoli Selle Italia. Ja, aber sehr, sehr ärgerlich natürlich für diese Mannschaft, dass sie nicht zum Giro d'Italia zugelassen wurde, ähm, ist dann letzten Endes die italienische Mannschaft, die dabei auf der Strecke geblieben ist. Fiel mir jetzt gerade nur so beim Durchskippen, Ich glaube, in dem Team fährt ja in dieser Saison auch, äh, Daya Quintana. Ah, okay, okay, okay. Ja, aber ein bisschen profiliertes Rennen, sieht ganz nett aus, am Ende ein Rundkurs, ähm, kann man sich bestimmt mal anschauen, aber sagt jetzt auch nichts so über, wie soll man sagen, darüber aus, wie die Saison verlaufen wird, denke ich mal, für die Protagonisten, deswegen machen wir direkt einfach weiter mit der Harold Sun Tour, die dann ja schon, ich sag mal, von der Wichtigkeit her vielleicht ein klein wenig davor einzustufen ist. Hm, naja, für die, für die, wie soll man sagen, ozeanischen Fahrer vielleicht schon, aber, ja, jetzt doch von der Tradition her mit Sicherheit das erste Rennen, aber, ja. Ja, für die weltweite Wichtigkeit, also die Trofeo, ähm, ist natürlich jetzt, ne, also das ist das gleiche wie die Marseilles für die, ähm, äh, für die Franzosen, ne, ist halt die offizielle Saisoneröffnung, genauso wie ich hier in Köln, die RTF zur Saisoneröffnung, jedes Jahr die gleiche hab, ne, jeder muss die, ja mal öffnen, und, ähm, äh, bei der Harold Sun Tour in Australien, ähm, ähm, ja, ging es direkt los mit, ähm, einem Education First Gewinn im Mannschaftszeitfahren. Ja, also, ähm, sind das die neuen Raffa-Trikots? Sprechen wir so, ähm, benennen wir das Kind, wie es ist. Also, Education First, da haben wir im letzten Mal schon drüber geredet, glaube ich, über die erste Etappe jetzt, ähm, haben in diesem Jahr, sind wesentlich besser in die Saison gestartet, als, ähm, im letzten Jahr noch, als sie doch recht lange auf ihren ersten World Tour Sieg warten mussten, dann, ähm, die erste Etappe gewonnen durch McLean und, ähm, haben sie gleich nachgelegt noch mit Michael Woods. Ja, genau, kann man mal machen. ähm, insgesamt dann, äh, vielleicht noch anzufügen, dass Christian Knie sich sehr, äh, gefreut hat über sein Bergtrikot. Das war ein bisschen lustig, aber, äh. Ja, das ist doch mal, also, ähm, auch was, eine nette Randnotiz, hätte ich schon fast gesagt, aber für den Christian Knie, der doch in den letzten Jahren eher Helferdienste bei Sky, ja, verrichten musste, ähm, auch ein schöner persönlicher Erfolg, was er sich in die Vitrine erhängen kann. Ja, hat er wahrscheinlich eher so, mitgenommen, ne, aber was er hasse, und, äh, warum auch nicht, also, er ist ja, glaube ich, auch so ein, ähm, wie ich ja schon mal gesagt habe, dass ich gerade das Buch von, äh, Charles Vigilius lese, ne, er ist ja auch so ein klassischer Helfer im besten Sinne, und, äh, ähm, ähm, ja, also schön, wenn sowas dann auch mal irgendwie in irgendeiner Form, äh, honoriert wird. Ansonsten, ähm, was haben wir denn hier sonst noch eingeloggt? Eigentlich gar nichts, ne? Also Viviani, äh, am ersten Tag mit einer Sprintetappe gewonnen. Ansonsten, äh, was war es noch? Vilunga Hill hatten wir. Ja, das war die Tour dann an, da wo du jetzt bist. Hä? Ah, okay, ja, äh, ja, genau, ich wundere mich auch gerade, ne? Hier ist irgendwie ein falscher Link dazwischen geraten, deswegen war ich so irritiert. Ne, am Ende, ähm, die Rundfahrt gewonnen hat. ich dachte auch Vilunga Hill, hä? Da haben wir doch drüber gesprochen. Komplett irritiert. Äh, Zeile löschen, ganz schnell löschen die Zeile. Von Dylan von Bade, jetzt auch er, war ein Sprinter, der sich da aber bei dieser Bergeankunft auch durchsetzen konnte, beziehungsweise zusammen mit Nick Schulz vom Team Mitchelton Scott ankam und sich das auf der letzten Etappe trotz des Sieges von Christopher Halvorsson in Melbourne nicht mehr hat nehmen lassen. Ich war, ich hab jetzt mir gerade aber hier wirklich, äh, bin ich fast umgefallen vor, äh, vor Irritation und zwar der Sieger des, äh, wie heißt das, Juniorentrikots da, von der Harry Suntour. Wenn du dir auf Procycling-Sets mal anguckst, deutsche Flagge und ich dachte, hä, Siegarkopf habe ich noch nie im Endkampf, entferntesten auch nur ein bisschen was von gehört. Von dem deutschen Fahrer mit diesem Namen, Pavel Sivakov. Ähm, da hat, das ist ja ein Russe. Bitte? Ja, ja. Das ist ein Russe. Äh, da haben, äh, die Damen und Herren von Procycling-Sets, glaube ich, einfach mal die, äh, die Flaggen vertauscht, ne, weil Christian Knees fährt auch nicht unter russischer Flagge. Äh, das ist dementsprechend mal eine Irritation, so, hä, wie ein Fahrer, den wir noch nie erwähnen, ein deutscher Fahrer, den wir noch nie erwähnt haben. Kurios, kurios, kurios. Ja, also, das Harold-Suntour, mehr braucht man, glaube ich, über diese, äh, Geschichte dann auch nicht, äh, an Worten verlieren. Ähm, und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja so viel haben, gehen wir dann direkt, äh, direkt zurück, äh, direkt zur großen Kolumbien-Rundfahrt, die ja nun wirklich jetzt auch eine der ersten, größeren, großen und wichtigen, wichtigerer Renn-Rundfahrten ist. Also für die Leute in Kolumbien ist dieses Rennen wirklich sehr, sehr wichtig, was man auch schon alleine an der Team-Präsentation gesehen hat. Die wurde in so einer Arena abgehalten und da waren tausende Zuschauer und, ähm, die Fahrer wurden da gefeiert, wie es eigentlich sonst nur bei der Tour de France, ähm, bei so einer pompösen Team-Präsentation der Fall ist. Ja, und dann ging's mit nem, mit nem Mannschaftszeitfahren dann los und auch da, ja, hat uns doch die Mannschaft EF Education First wieder überrascht. Ich, ich, ich hab ja, also ich, äh, ob ich meine Sympathien jetzt komplett von Sky auf Education First übertragen kann und werde, weiß ich noch nicht, bloß weil sie jetzt auch Rafa-Trikots anhaben, aber, ähm, mir macht das irgendwie ein bisschen Spaß, was die machen. Also, dass, äh, dieses, äh, viele Nationen, dann das Konzept auch bei anderen Veranstaltungen, so Langstrecken-Geschichten mitzufahren und so, ähm, irgendwie ist das etwas, was man, was ich gerne dieses Jahr im Auge behalten möchte, wie sich das da so entwickelt. Und wenn die, wenn die nicht nur, äh, und wenn die auch mit Spaß an der Sache solche Sachen dann gewinnen oder noch hier und da mal was abschießen, ähm, um, umso besser. Ähm, also, insofern Daumen hoch für Education First und dieser Mannschaft. auch mit, mit zwei Kolumbianen, also Rigoberto Uran war dann der erste Leader dieser Rundfahrt vor seinem Landsmann Daniel Felipe Martinez, also waren da auch mit zwei Kolumbianern dementsprechend vor dem kolumbianischen Publikum gut repräsentiert. Und auch clever gemacht, die zwei dann beim Mannschaftszeitfahren vorne durchs Ziel fahren zu lassen, ne? Also, ist jetzt keine Raketenkunst, aber andererseits, ne, es gibt auch bestimmt genug andere Teams, die das nicht so hingekriegt hätten, um es so rum auszulassen. Klar, da hatten wir schon ganz andere Fälle, wo es dann wirklich hinterher noch jahrelang böses Blut in der Mannschaft gegeben hat, weil dem einen Fahrer das nicht gegönnt wurde, mal das Leader-Trikot bei einer Rundfahrt zu übernehmen. Ja, insofern alles richtig gemacht, auch, äh, die Marginal Gains, ne, beim Publikum, äh, ausgespielt, ähm, kann man nur sagen, schön, äh, Quickstep, ich kann mir den, kann mir den neuen Quickstep-Namen, kann ich, kriege ich nicht ausgesprochen. Der König? Der König, nee, kriege ich nicht Quickstep, ähm, Rang 2, Team Sky traditionell bei solchen Geschichten auch nicht schlecht dabei, auf dem dritten Platz, ähm, Astana hat es ziemlich, also, was mich wundert, ne, manche wirklich mit sechs Mann reingekommen, manche mit vier, also, gut, also beim Team Sky, wenn man sich da natürlich mal die Fahrer anschaut, die da jetzt dabei waren, wen lässt du denn da jetzt zwingend auch auf der Strecke, also, die hatten halt auch schon da viele Fahrer, die sie mit ins Ziel bringen mussten, und, äh, möglicherweise einer der Fahrer, die vielleicht jetzt nicht auf die Gesamtwertung geschielt haben, war jetzt dann Castro Viejo, aber das ist mit der beste Zeitfahrer, von daher, wenn du da deine ganzen kleinen Kolumbianer irgendwie ins Ziel schleppen musst, dann ist es natürlich schwierig mit vier Mann, und dann am Ende. Ja, ja, total, ne, aber erst Astana danach mit vier, also, ich finde es nur, ähm, irgendwie kurios, oder kurios ist das falsche Wort, ne, aber dass man eindeutig sieht, Education First mit vier Fahrern reingekommen, Quickstep vier Fahrer, dann Team Sky 6, also, es gab es ja immer, immer mal wieder diese Diskussion, was ist in so einem Fall die richtige Taktik, auch damals bei der Weltmeisterschaft, gab es ja auch diese zwei Herangehensweisen, sowohl beim Damen- als auch beim Herrenrennen, ne, aber ob sowas dann vielleicht den Unterschied gemacht hat oder nicht, keine Ahnung, aber interessant zu sehen zumindestens immer, ne, dass Team Sky das einzige Team ist, was mit sechs Fahrern reingekommen ist, unter den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams, ne, ähm, aber wollen wir uns auch nicht zu lange beim Mannschaftszeitfahren aufhalten, es ging dann direkt los mit Etappe Nummer 2, ähm, relativ flach, ne, also da muss man da mit sechs. Ja, was heißt flach, also die Etappen sind, glaube ich, fast alle in gut 2000 Metern Höhe ausgetragen wurden, ähm, weil Kolumbien ganz einfach so viele Hochebenen hat oder das generell so hoch liegt und das hat auch so manchem Sprinter zu schaffen gemacht, also wenn ich dann sehe, beispielsweise, Fernando Gaviria, der hat auf der Etappe, den ich da eigentlich für den Favoriten hielt, gar keine Rolle gespielt, gewonnen hat dann Alvaro Oc, vom Team der König Quickstep, und, ähm, ja, da merkt man dann doch einen Unterschied, beispielsweise, dass es manche Fahrer mehr gewöhnt sind, da in der Höhe zu leben. Das Team Illuminati? Habe ich ja noch nie gehört. Okay, ich weiß jetzt auch, also den berühmtesten Fahrer sieht man natürlich direkt auf den ersten Blick, ja, ist das das Team der Illuminaten? Haben die ein eigenes Team? Da muss doch ein Dan Brown Roman drüber geschrieben werden. Krass. Solange sie nicht sich selbst eliminieren, passen so. Ja, solange sie sie auch eliminieren, aber mit Chris Horner, der gute Alte mit 47 auch noch unterwegs. Ob für Chris Horner und Davide Rebellin uns auch irgendwann eine Seniorenwertung, also so ein graues Trikot eingeführt werden wird, das gab es doch auch mal, oder? Das ist nicht mal beim Giro irgendwie ein Jahr? Ich glaube schon. Dritte Etappe war dann eine Etappe, jetzt auch wieder ein bisschen Rundstrecke, also zumindest viermal einen Rundkurs, ein bisschen Anstieg, aber dort Julian Alain Philipp, zweiter Platz, danach Juan Sebastian Molano. Ja, also gewonnen, also wieder hat der von mir erwartete Fernando Gaviria, ist sogar ausgestiegen dann auf der Etappe, keine Rolle gespielt, sondern sein Leutnant vom Team OIE Emirates, Juan Sebastian Molano hat gewonnen. Wenn irgendetwas noch, was mir untergegangen ist, oder mir nicht untergegangen ist, erwähnenswert ist, schieß los, ansonsten würde ich sagen, gehen wir es einfach mal. Ja, definitiv, also was mir halt sehr sauer aufgestoßen ist, ist generell die TV-Produktion dieses Rennens, weil es war eine Katastrophe, um es einfach auf den Punkt zu bringen, was dann, ich glaube ESPN war mit der, ESPN Südamerika mit der Produktion beauftragt, aber auf dieser Etappe, die, glaube ich, Molano gewonnen hat, gab es dann nur eine fest installierte Zielkamera, weil wohl zwischendrin komplett die Übertragung zusammengebrochen war, also die hatten dann nur diese Zielkamera, ja, das war natürlich relativ enttäuschend, und ich glaube, uns gelesen zu haben, dass man beispielsweise bei der Vuelta San Juan, sich da dieses Team der Vuelta, High Spanier Organisatoren, mit reingeholt hat, und da haben wir ja schon mehrmals gelobt, wie gut da die Bilder sind. Ja, auf jeden Fall. Und das war jetzt ESPN, also für uns Nicht-Fernsehmenschen, Eurosport, Network, Südamerika dann wahrscheinlich, ne? Das ist ein ganz eigenständiger Sender, also die haben damit ja nichts zu tun, und ja, was ich hier jetzt auch noch angemerkt hatte, und bei diesen Sprints immer relativ gravierend oder gefährlich fand, dass da immer die Fans so Konfetti hingestreut haben, also ich weiß nicht, ob das sein muss. Okay. Habe ich jetzt, war mir selber, also ich habe keine Bilder jetzt so fahrenderweise gesehen. Stell dir vor, du sprintest am Anstieg und schüttet jemanden einmal Konfetti über den Kopf. Würdest du wahrscheinlich auch nicht so toll finden. Nee. So war das da. Werden wir an der Stelle dann gerne mal verlinkt. Nee, wäre jetzt auch nicht meins. Also Konfetti als solches, finde ich ja immer schon bei jeder Veranstaltung, weil meistens ist das einfach Konfetti im Getränk. Ist ja auch doof. Nee, also das sieht kurios aus. Also hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn es jetzt richtig zur Sache geht. Wo waren wir? Wir waren jetzt, also Etappe Nummero vier wurde dann, irgendwas ist hier durcheinander. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es gibt sechs Etappen. Etappe vier. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall bei Etappe vier und da hat Bob Jungels den Sprinter ein Schnippchen geschlagen. Ah, okay, okay. Das ging von Medellin nach Medellin. Bob Jungels hatte sich abgesetzt, wenn ich das hier richtig sehe. War aber auch, ist auch eine Rundfahrt der Rundkurse, ne? Irgendwie so ein bisschen. Ja, aber natürlich für die Fans an der Strecke sehr, sehr zuträglich. Aber was halt generell auch aufgefallen ist, auch an dem Tag Chris Froome wieder mit Rückstand. Also der ist generell bei dieser Rundfahrt nur hinterher gefahren. Vielleicht wollte er es locker einrollen lassen für die Saison oder ja, vielleicht hat er auch noch nicht die Form. Ja, muss er ja jetzt auch noch nicht, ne? Also vielleicht, vielleicht, ich kann mir auch gut vorstellen, bei solchen Geschichten, dass er einfach als, so blöd es klingt, aber als Attraktion und Teamrepräsentant, mitgenommen wird, ne? Also das, da den Gruß August so ein bisschen noch. Ja, genau. Also ein besseres Training, also ein gutes Trainingslager, ähm, äh, aber auch nicht mehr. Wir hatten ja beim letzten Mal diese Meldung für Froome, da diese Gravelstrecke mit dem Zeitfahrrad angefahren ist. Ja, genau. Also vielleicht, wird halt angehalten, ab und zu mal irgendwo was rauszulassen, damit er, äh, noch, noch gesehen wird, ne? Also hier, Bob Dschungels, äh, schlägt den Sprintern ein Schläppchen. ähm, sozusagen an dem Tag. Äh, am nächsten Tag war es dann auch wieder eine Sprintankunft? Ja, es war schon eine sehr schwere, schwere Etappe eigentlich. Also, ähm, wie man sieht, gibt es da auch zum Schluss noch so einen Zweitkategorieberg, sieben, acht Kilometer fast mit fünf Prozent gut, in 2600 Metern Höhe fast, das muss man sich mal vorstellen. und, ähm, 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 dementsprechend fühlen sich da die Kolumbianer oder Südamerikaner sehr wohl in dieser Höhe und, ja, aber die haben es sich gegenseitig so ein bisschen ausgespielt und, ähm, zwischenzeitlich war es so, dass dann Sosa und, äh, Carapaz, meiner Meinung nach, meine ich war es, ähm, weggefahren waren und dahinter eine kleine Verfolgergruppe, unter anderem mit Alaphilippe, aber die beiden haben vorne ziemlich getrödelt und so sind die anderen wieder rangekommen und, ähm, ja, müssen sie sich nicht wundern, wenn man Alaphilippe mit auf die Zielgraben nimmt, dann wird es schwierig zu gewinnen. Ja, schönes Bild, viel Popcorn, äh, Konfetti und alles, ne? Genau das meinte ich, ja. Das war eigentlich bei jeder Etappenankunft der Fall, dass die da so Konfetti geschmissen haben. Ich meine, wenn es so ausgeht wie da, ne, wenn du es als Sieger eh feiern kannst, äh, schön und gut, dann stürzt ja keinen, ne, aber weiß halt nicht vor. Ja, aber alleine da guck dir mal an, wie viele Zuschauer da waren, also es ist unfassbar, was für Menschenmassen dort an der Strecke standen. Ja, ja, also, ähm, der Quintana, äh, Quintana zieht, ne, machen wir uns nichts vor. Ähm, der hat dann auch am nächsten Tag auch dran gezogen, der Nairo. Ja, heute die letzte Etappe mit einer schweren Bergankunft, auch auf 2500 Metern Höhe, Schlussanstieg mit gut 16 Kilometern Länge und 7% gut im Schnitt und, ja, in diesem Schlussanstieg, ähm, ging es recht turbulent zu, weil Sosa, Lopez und Quintana hatten sich abgesetzt, aber dann kam es zu einem Sturz bedingt durch einen Zuschauer, der Nairo Quintana ins Rad gelaufen war. Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. zum Glück nichts getan und, äh, konnte dann infolgedessen sogar noch die, ähm, Etappe gewinnen. Mhm. Okay. Also, der ist ihm einfach, äh, einfach reingelaufen, ja? Also, ich schicke euch nicht mal kurz den Link, dann könnt ihr es euch selbst kurz im, im Video nochmal angucken. Also, der ist sozusagen, dieser Zuschauer ist gestolpert und dann dem Quintana da ins Rad gefallen. Also, es erinnerte mich so ein bisschen an Alp Duesse im letzten Jahr. Okay. Mann, Mann, Mann. Ja, sagen wir immer, ne? Ui, ui, ui. Ja, das sieht, das sieht nicht so schön aus. Aber, äh, sich nach dieser, ähm, nach diesem, äh, nach diesem Aufhänger, also, das ist ja fast wie, ja, äh, sich dann wieder aufzuraffen. Also, okay, er hat jetzt nicht so viel verloren, ne? Aber, kleiner Adrenalinschock. Ja, aber wir wissen ja, was, was bei sowas passieren kann. Gerade diese Stürze, bei langsamer Geschwindigkeit, wo du nicht damit rechnest, sind ja oft die schwerwiegendsten. Ja, 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 klar. Ne? Also, äh, ich will das gar nicht, äh, kleinreden, ne? Aber in dem Fall einfach Glück gehabt, das war vier Kilometer vom Ziel. Das wird ihn jetzt, schätze ich mal, so fünf, sechs Sekunden gekostet haben. Aber der Adrenalinschub wird vielleicht alles wieder wettgemacht haben. Und, äh, gewonnen hat dann an, äh, insgesamt die ganze Rundfahrt, dann, ähm, ja, Miguel Angel, Miguel Angel, Miguel Angel Lopez, ähm, vom Team Astana, der am letzten Tag dann nochmal die zwei Plätze nach vorne gesprungen ist und, ähm, alles geholt hat. Ja, und unser Daily Vroom, heute mit 14 Minuten Rückstand. Ja, ist ja geil. Also, ne, wenn's um nix geht, dann soll er ruhig die Beine hochnehmen. Das sind aber, 14 Minuten ist natürlich, aber es waren auch noch andere dabei, ne? Also, hier war noch der Baron von Team Imoliminati, Alejandro Felix, äh, hat schon fast eine halbe Stunde kassiert. Also, das sag ich. Aber was sagt das jetzt über die, äh, also dieser Sieg von, ähm, Quintana zum Geschichte von Movistar? Hier, äh, Mr. Movie, äh, Chris, ähm, hat er sich jetzt damit wieder in die Pole Position gefahren oder, oder wie sieht's da in Hierarchie aus? Naja, gut, das ist sicherlich ein schönes Ergebnis, allerdings war er ja vor der Etappe jetzt auch nicht mehr ganz, ganz weit vorne mit dabei, ist jetzt insgesamt auch, in Anführungszeichen nur Fünfter bei der Rundfahrt geworden. Die internationale Klasse bei dem Rennen war jetzt nicht unbedingt vertreten, also es war doch, wenn man auch mal die Gesamtwertung sich anschaut, das sind zwar aus Kolumbien allesamt große Kaliber, die da vorne rumfahren, aber jetzt so, was jetzt beispielsweise, ja, äh, die, die Briten angeht, was die, ähm, ja, ja, aber wir haben ja drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich für ihn eher so ein Einrollen war, was jetzt die, die Top Spanier angeht und so weiter, da haben doch einige Leute tatsächlich gefehlt, also da sind ja jetzt in den Top 15, bis auf Alaphilippe nur Südamerikaner vertreten gewesen, jetzt letzten, letzten Endes, und es ist noch sehr, sehr früh in der Saison, also von daher, es war schon jetzt ein schöner Erfolg, ich würde daraus jetzt aber nicht ableiten, dass jetzt, äh, Naro Kintana jetzt dieses Jahr Top-Favorit auf den Sieg der Tour de France ist, das sicher nicht, aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, was für eine Breite mittlerweile, äh, die kolumbianischen Fahrer da erreicht haben, also wenn man sich da jetzt mal die Top 6 am Ende mal anschaut, 1. Lopez, 2. Sosa, 3. Martinez, 4. Bernal, 5. Kintana, 6. Uran, das ist schon richtig, richtig viel Qualität, was da da ist, und wenn man da mal überlegt, dass von diesen 6 Fahrern 3 Stück jetzt noch nicht mal 25 sind, und Lopez, Moment, der ist auch noch sehr, sehr jung, der ist jetzt gerade mal diese 25, und wir gefühlt, äh, alle paar Wochen mal von einem neuen, äh, Kolumbianer sprechen, der da eine super Leistung bringt, vorhin war es ja schon dieser Higuita, muss man echt sagen, das ist eine wahnsinnige Entwicklung, eine wahnsinnige Klasse, die da gerade auf dem kolumbianischen Markt da ist. Aber, vor allem auch so ein, so ein Daniel Philippe Martinez, der jetzt auch schon, glaube ich, im zweiten Jahr oder so, bei EF Education First ist, den hatte man so gar nicht auf dem Schirm, also war mir jetzt gar nicht bewusst, dass der erst 22 ist, das ist schon ein unerschöpflicher Talentpool scheinbar. Aber, sind sie nur zu Hause gut? Weil, ich erinnere uns, erinnere mich daran, wie wir vor der WM-Märkung gesprochen haben, was da passieren wird, äh, ein kolumbianisches Feuerwerk wird abgefeuert, und man wusste hinterher gar nicht mehr so genau, ähm, ob die überhaupt am Start waren. Gut, das ist jetzt zwar nochmal was anderes, vor allem, wenn man dann auch wirklich an die Distanz des Rennens denkt, und es waren jetzt wirklich sehr, sehr schwere Weltmeisterschaften, ähm, war jetzt auch ein Ein-Tages-Rennen, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, also, ich würde jetzt anhand des Ergebnisses von der WM jetzt nicht unbedingt drauf schließen, dass es jetzt nicht, dass es jetzt nur zu Hause abliefern von der Leistung, also das haben sie ja mitunter fast allesamt auch schon bewiesen, dass sie bei großen Rennen vorne gut mit reinfahren können. Ja, ich bin gespannt, also ich halte ja Bernal für den Fahrer der Zukunft, äh, ist jetzt auch kein, kein Geheimtipp, äh, den ich dir preisgebe, ähm, aber bin gespannt, wie sich das da entwickelt mit diesen, mit diesem Fundus an Fahrern. So, kurz gehustet, ähm, sind wir jetzt mal auf dem aktuellen Stand, wenn ich das richtig sehe, oder? Was das Rennengeschehen angeht, ja. Warte, jetzt muss ich, jetzt muss ich auch noch niesen, mein Gott, was ist denn heute los? Dann, äh, tauschen wir uns mal ein bisschen so aus, äh, äh, erstmal über zukünftige Rennen, und dann, äh, was und noch alles passiert, vielleicht fangt ihr kurz an, dann kann ich in der Zeit mal die Nase putzen, äh, Deutschlandtour 2019, ähm, die, ja, ja, ausgerufen wurde, jetzt, oder mit, mit weiteren, äh, sagen wir mal besser, weiteren Informationen unterfüttern wurde. der Ort, der Zielort der letzten Etappe ist jetzt bekannt, es ist Erfurt in Thüringen, und, ja, da hat man ein Budget von 100, rund 155.000 Euro bereitgestellt, um diese Schlussetappe da auszurichten in Erfurt, und, ähm, es soll dann scheinbar auch noch eine Weitere, Weitere Etappe in Thüringen stattfinden, was ich sehr, tendenziell sehr gut finde, weil im letzten Jahr, waren wir ja fast nur im Westdeutschland, ähm, in der Rhein-Mosel-Region weitestgehend unterwegs, und jetzt ist man dann auf einem anderen Strecken, auf einem anderen geografischen Punkt von Deutschland mal. Total. Also wenn, wenn wir es schon nicht in der Tage sehen, eine Deutschlandtour im Sinne, eine Rundfahrt durch Deutschland stattfinden zu lassen, was ja meiner Meinung nach immer noch das Endsteel sein sollte, äh, dass man dann in verschiedene Regionen geht, und jedes Jahr eine andere Region vorstellt, finde ich so absolut genau richtig. Und, äh, was ja noch dazu kommt, ähm, wird es ja noch ein Jedermann-Rennen geben, ne, was man ja auch im letzten Jahr schon, äh, so ein bisschen integriert hatte, das wird dieses Jahr auch wiederholt, wahrscheinlich nicht, weil es unerfolgreich war, deswegen auch nochmal eine schöne Sache, ähm, ja, äh, Glückwunsch. Aber war es denn nicht ursprünglich mal vorgesehen, dass es 2019 dann auf fünf Tage ausgebaut wird? Das erinnere ich mich da falsch? Das erinnere ich nicht mehr, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass man gesagt hat, langfristig ist es das Ziel, das Rennen immer weiter auszubauen, ob es jetzt 2019 schon gewesen sein sollte, habe ich jetzt auch nicht mehr im Sinn. Also, kann sein, aber wäre mir jetzt nicht, äh, also nicht, dass ich es erinnern würde, aber. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also die letzt, äh, jährige Austragung, die hat mir sehr gefallen, weil es doch sehr, sehr spannende Etappen waren, äh, es gab keine großen Abstände, aber ich denke, dass genau das jetzt das war, was auch den Reiz ausgemacht hat und natürlich letztes Jahr auch, natürlich das Glück, dass man da mit Nils Pollitt und Maximilian Schachmann wirklich auch zwei Fahrer dabei hatte, denen man da wirklich die Daumen drücken konnte und die da wirklich vorne mit reingefahren sind. Und, ähm, weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, hatten die nicht mal angekündigt, dass sie vielleicht auf fünf Etappen gehen, ich finde gerade bei der Deutschlandtour sollte man zumindest erstmal schon mal glücklich sein, dass man gerade in Deutschland, äh, eine Rundfahrt überhaupt wieder stattfindet. Ne, also, dass, dass man, dass man nicht jetzt nach der ersten oder zweiten Austragung, die vielleicht dann, ähm, jetzt nicht, also sie waren ja schon sehr erfolgreich, ne, aber dass man, dass man weiter dranbleiben kann, kann man in Deutschland ja schon glücklich sein, in dem Zusammenhang kurz nur als wirklich Randnotiz an der Randnotiz erwähnt, ähm, dass zum Beispiel eines der größten und, ähm, mit, äh, wie soll man sagen, ähm, teilnehmerstärksten jedermannrennen, dieses Jahr der Veloton in Berlin halt nicht stattfindet, ne, also einfach, äh, abgesagt wurden, wegen irgendwelchen, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, irgendwelche Streitigkeiten, glaube ich, vom Veranstalter oder so etwas, ne, aber eine, eine bestimmte, äh, Veranstaltung, du musst ja auch immer sehen, wo kannst du mit einem Radrennen hin, also es ist natürlich schwierig, jetzt für die Deutschlandtour, gerade am Anfang, wo das Rennen jetzt noch nicht das Renommee hat, in so eine Metropolregion, wie beispielsweise jetzt München, Berlin, Hamburg, oder auch direkt nach Köln reinzugehen, Köln vielleicht noch ein bisschen einfacher, durch die Radsporttradition von rund um Köln, aber, ähm, jetzt so die Gegend Erfurt, ist jetzt natürlich schon eine große Stadt, aber, ja, jetzt sei mal so, vom Verkehrsaufkommen ist es da nicht so mühsam, die Strecke zu sperren, wie beispielsweise jetzt in einer Großstadt, und wir sehen ja auch jedes Jahr, ich glaube, gefühlt die letzten acht Jahre, war die Deutsche Meisterschaft in Einhausen, weil man sonst nirgendwo was gefunden hat, wo man die Straßen sperren konnte. Mhm. Ja, also hier, ich, äh, die Wellung gerade zu dem, was ich gesagt habe, 9000 Starter letztes Jahr, und wegen Lizenzstreitigkeiten gibt es dieses Jahr keine, keine Teilnahme, ne, also deswegen, sag ich mir mal, bei jeder Veranstaltung, die mit dem Radsport zu tun hat, die überhaupt wieder stattfindet, ist es ja schon mal etwas, äh, tolles. Aber es ist doch ganz interessant, wir hatten ja ursprünglich auch mal überlegt, statt Velo Home, Velo Ton, äh, das wäre ja dann in Lizenz technisch wahrscheinlich schwierig geworden, dass die jetzt anderweitig Probleme mit möglicherweise dem Namen haben, ist ja ganz interessant. Äh, das, das wäre nicht Lizenz technisch, das, äh, ich habe es ja angefangen, die haben uns das untersagt, also ich habe es angefragt, ich habe es gesagt, ich glaube, es geht aber gar nicht um so, äh, den Namen irgendwie, sondern, ähm, man hat das ja nicht selber veranstaltet, sondern hat das an, an einen Verein gegeben, äh, sozusagen, und, äh, diese Lizenzvergabe, die war problematisch, aber ich will mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas Falsches sagen, ne, kommt man ja nur ins Teufelsküche. Ja, aber schön, um, zu was Schönem zurückzukommen, ähm, dass die Deutschland-Tour dann in diesem Rahmen äh, Entschuldigung, lass mich was denken, äh, Giro, ähm, haben wir auch noch hier so ein bisschen, um mal längerfristig auch einen Ausblick zu haben, äh, von einem Rennen, äh, soll es. Ja, wir haben jetzt beim letzten Mal schon drüber gestein, ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, aber genau, dass die RCS da die Stadt, ähm, von der Bergeinkunft in Montevergine verklagen wollte, wegen der nicht gezahlten Gelder, ähm, darüber diskutiert, dass es doch eine gravierende Frappanz zwischen dem Süden Italiens und dem Norden immer noch gibt, auch was so finanzielle Mittel und Budgets, ähm, Verratrennen angeht und jetzt ist doch die Meldung umso schöner, dass, ähm, Sizilien plant, 6,2 Millionen Euro für den Giro-Start 2021 in die Hand zu nehmen, den man nach Sizilien holen will. Ja, da müssen jetzt nur auch, äh, die Strecke von, von unten, vom Süden in den Norden mit genug Orten, die auch in der Lage sind, das Geld, äh, auf den Tisch zu legen, planen können, weil sonst gibt's hier. Ja, aber vielleicht ein ganz netter Nebeneffekt, also für alle Radtouristen, wir wissen ja, überall da, wo der Giro d'Italia langkommt, werden noch die Straßen neu gemacht und dann wird wahrscheinlich Sizilien auch künftig für Radurlauber noch attraktiver. Das glaube ich ja bis jetzt immer, also dass, das, äh, so zu hundertprozentig stimmt, ich wiederhole mich, äh, als wir, weiß gar nicht mehr, wann ich da in Italien war, vor zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, äh, da war ich ja kurz nachdem der Giro da war, dort und die Straße, und ich bilde mir ein, das war die Straße, wo die langgefahren sind, da hatte ich teilweise Angst um, um das Auto, um das Miet, um den Mietwagen, ähm, weil die Löcher in der Straße einfach so groß waren. Ich hab mir immer gedacht, hier kann ein Penetton nicht langfahren, also dass das immer so ist, diese Aussage von dir, möchte ich ein kleines, klitzeklitzekleines, äh, kleinen Fragezeichen versehen sehen. Also, das war, hast du da vielleicht bei der Strade Bianca? Ja, nee, das war, ich war da unten, wir waren ja an dem, äh, an der Meeresenge zu Sizilien, ähm, äh, das war da unten schon relativ südlich. Ähm, kommen wir zu der nächsten Meldung, ähm, und da muss ich sagen, hab ich, war ich einerseits begeistert, aber andererseits ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber, hab ich nicht ganz verstanden. Also, es geht im Prinzip um die nächste Weltanschauung, Weltmeisterschaft, oder, oder um eine der nächsten Weltmeisterschaften, ähm, der UCI. Genau, gesagt im Jahr 2023. Mhm. Und dort wird es so sein, dass es im Prinzip ein riesiges Radsportfest gibt, und alle Weltmeisterschaften zeitgleich dort ausgetragen werden. Also, äh, abgesehen jetzt von den normalen, äh, Road, also Straßen, ähm, dann die, äh, Paracycling, also, ne, das, äh, Pondon, im, ähm, wie nennt man das, äh, richtig, äh, beeinträchtigt. Naja, es sind insgesamt 13 Disziplinen, die an diesen Weltmeisterschaften zusammen wohlgemerkt abgehalten werden sollen in Glasgow. Und dazu gehören dann auch Kunstradfahren, ähm, das, was ich gar nicht wusste, das heißt Indoor Cycling World Champions, ist das richtig? Wahrscheinlich schon, ne? Äh, Grand Fondo World Championships, BMX, äh, Trials, Mountainbike und so weiter, das alles da. Warum zum Henker ist jetzt die Sportart, die mir von all den, ähm, abseits des Straßensports vielleicht noch am nächsten wäre, der Cross-Sport nicht mit dabei? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, ist eine gute Frage generell, aber, ähm, ja, ich finde es eigentlich schon eine gute Maßnahme, weil dadurch, dass du halt gebündelt mehr hast, hast du somit auch, ja, generierst du wahrscheinlich auch mehr Aufmerksamkeit. Total. Gutes Beispiel für mich ist jetzt im letzten Jahr dieses neue Format dieser Europameisterschaften gewesen, wo ja auch der Radsport dran partizipiert hat, als dann in Glasgow war es glaube ich auch, ähm, und in, irgendwo in Deutschland auch noch, ähm, die Leichtathletik dann sich zusammengeschlossen hat mit ganz vielen anderen Sportarten und die da so ein riesiges Fest ausgerichtet haben. Das hat auch sehr gut angekommen. Ja, ja, also grundsätzlich finde ich die Idee als solches, ne, also, äh, alles unter einem Tisch zu machen, ähm, unter einem Tisch, also unter einem Dach zu machen, ähm, äh, total gut. Also finde ich, äh, wirklich, ne, also, dass man, vor allen Dingen wird ja, ähm, am meisten profitieren, äh, wird ja davon, die, ich sag mal, die Randsportart, ne, also der, also ich glaube jetzt zwar nicht, dass es dann zu großartigen, ähm, ähm, Festen, äh, beim, äh, äh, ne, oder aber dass jetzt der Mountainbikesport zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit damit generiert, für ihre Weltmeisterschaften, ähm, die BMXler davon profitieren, äh, finde ich total super, ne, und, äh, dann, äh, die Bahnsportler auch, also dass man das alles so, so die Aufmerksamkeit bündelt auf diese eine Woche. Na, aber ich denke mal jetzt beim Straßenrannen, das wird, äh, wie wir es beim letzten Jahr bei den Europameisterschaften schon gesehen haben, eher ein Parcours sein, der die Sprinter begünstigt, oder aber apropos Cross, ja, da haben wir im letzten Jahr bei beiden Crosser, ähm, Wout van Aert und, ähm, hilf mir auf die Sprünge, wer war der andere? Den Straßenradsportlern, bitte? Pools? Nein. Ne. Äh, Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, den, ähm, Straßenradsportlern ordentlich gezeigt, wie man es macht, auf diesem, ähm, sehr verwinkelten Parcours, wo Mathieu Trentin dann am Ende gewann, und das könnte, ja, ähnlicher Parcours werden, also ziemlich verwinkelt, aber eher was für Oleur oder Sprinter. Ja, noch mehr, also ich bin, äh, wirklich, ich kann, ich kann es nicht nachvollziehen, ich meine, es könnte die einzige Erklärung, die ich sagen, die ich haben könnte, ist, dass die Crosser sagen, alles klar, pass mal auf, das ist so jenseits, außerhalb unserer Saison, ne, weil die, deren Saison verläuft ja im Prinzip, äh, fängt da erst so ganz, ganz, ganz langsam an, dass das ein Grund ist, dass man die Weltmeisterschaft nicht vor der eigentlichen, eigenen Saison haben möchte, aber so richtig, also das wäre für mich die einzige Erklärung, die einigermaßen nachvollziehbar wäre, ansonsten finde ich das wirklich eine sehr, sehr, ähm, ja, blöde Geschichte. Ja, es wäre was Gutes gewesen, für die sich da auch anzuschließen, aber vielleicht sagt sich der Crosssport auch, wir sind da so berühmt, irgendwo vielleicht in Belgien, oder Benelux ändern und, ähm, haben unsere eigene Saison da, dass wir uns, ja, dem Ganzen nicht anschließen wollen. Vielleicht hat ja auch ein Hörer, äh, irgendwie da mal was gehört, oder dann, genau, da sind wir ja jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt unser Steckenpferd, dass wir uns, äh, im Crosssport so super auskennen. Ne, überhaupt nicht, also, gar nicht, äh, wobei ich da, das wirklich von allen Disziplinen, die es ja sonst gibt, diejenige wäre, die mir noch am ehesten, äh, am Herzen liegt, oder wo ich noch am ehesten mich für gewinnen könnte. Und damit sind wir dann jetzt, eigentlich mit den normalen Meldungen durch, aber wenn wir mit den normalen Meldungen durch sind, heißt das, dass jetzt der Punkt Sonstiges, äh, zum Tragen kommt. Und, äh, langsam, langsam sind das hier überhand mit dem Velourace. Also, wir sind schon bei, sonst, äh, Velosnack-Längen sonst, ähm, so zeitlich. Aber was ist ja ganz gut. Also, ähm, gehen wir einfach mit der Reihe nach durch. Äh, ich hab ein paar Sachen, die hab ich da reingetragen, sogar, ausnahmsweise mal. Gehen wir mal durch. Akkuschrauber im Peloton. Hä? Was? Was? Akkuschrauber? Na, also, es geht ganz einfach darum, um den, Radwechsel zu vereinfachen, sind jetzt die Mechaniker mit Akkuschraubern unterwegs. Zumindest, ähm, bei verschiedenen Teams, wie Bora Hansgrohe, De König, Quickstep, oder auch Dimension Data. ist euch das jetzt, ähm, Chris, äh, ist der jetzt bei den, ähm, es gab ja früher immer die Diskussion, es wird ein unterschiedliches Tempo gefahren und, 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 aber die Frage jetzt nach Scheibenbremsen oder Felgenbremse, die ist jetzt in dieser Saison zumindest ein bisschen noch gar nicht aufgekommen irgendwo, oder? Ne, also, hab ich jetzt zumindest nichts mitbekommen, dass es jetzt nochmal groß thematisiert wurde. Ne, ist einfach da, und die einen fahren so, die anderen fahren so, und gut, also muss man nicht drüber reden, deswegen, ähm, also ich bin, ich bin gespannt, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Felgenbremse zumindest den, ähm, bei Problemen mit dem Rad, die eine deutlich einfache Lösung ist, aber, muss man mal gucken. Ja, aber so ein Akkuschrauber, wenn man sich das vorstellt, ist natürlich auch wieder ein Utensil mehr, was dann im Auto noch irgendwie Platz wegnimmt, wo ja sowieso schon alles dicht gepackt ist, und, ähm, auch eine Sache, wo der Mechaniker dann zusätzlich noch dran denken muss. Ja, natürlich, aber es werden die sich wahrscheinlich, irgendwie in den Gürtel pinnen, oder sonst etwas, ähm, bin gespannt, also ich habe, ich habe bis jetzt noch keinen, jedenfalls bewusst, noch keinen Reifenwechsel, oder einen Platten gesehen, der, äh, von der Scheibe, vom Scheibenrad war. Ich hatte auch gestern, glaube ich, zum ersten Mal, ähm, den Fall, gehört jetzt eigentlich auch nicht hin, sondern eigentlich in den Willosnack, aber das erste Mal, glaube ich, einen Platten, der durch, die Tubeless-Milch abgedichtet, also ich war jetzt auch Tubeless, ähm, und ich glaube, ich hatte gestern das erste Mal die Situation, dass ich einen Platten gehabt hätte, wenn es ein Schlauch gewesen wäre, aber durch die Tubeless-Technik halt, es abgedichtet wurde, und ich deswegen keinen Platten habe. Interessiert hier keinen? Ich weiß, aber ich wollte es kurz erwähnt haben. Ähm, Gerard Thomas war kurz im Gespräch beim Giro, äh, wurde das, es wurde, glaube ich, von seinem, ähm, äh, hier Ausrüster ins Spiel gebracht, ne, sagt er aber, nö, kein Bock. Ist das, äh, auf, 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 auf den Bierdeckel gebracht, die Meldung? Ja, und sein eigener Teamchef, der Brett, versucht ihn ja auch immer so ein bisschen da, Honig ums Maul zu schmieren, sage ich mal, und ihm das schmackhaft zu machen, aber, irgendwie wehrt er sich dagegen, beim Giro zu starten, möchte gerne den Tourtitel verteidigen. Aber man hat ja auch Bilder von ihm gesehen, ne, es wird ja auch eng, bis zum Giro das alles abzuspecken, vielleicht ist es auch deswegen nicht gut. Ja, aber weil der Valencia-Rundfahrt war dann doch schon, zumindest was das Zeitfahren anging, recht gut in Schuss, also ist jetzt nicht ganz unter ferner Liefen da geflogen, aber, ja, sicherlich noch viel Luft nach oben. Wird das jetzt, äh, eine große Streitnummer? Wird uns das die ganze Saison begleiten? Wer wo fährt beim Team Sky? Dieses Luxusproblem? Chris, was denkst du? Ich denk schon, also, ich meine, es ist ja ganz klar, Chris Froome hat viermal die Tour de France gewonnen, würde so gerne ein fünftes Mal gewinnen. Ähm, er wird in diesem Jahr 34, so viele Möglichkeiten, die Tour zu gewinnen, wird er nicht mehr haben. Garen Thomas, amtierender Toursieger, wird natürlich, äh, einen Teufel tun und drauf verzichten, äh, seinen Titel da zu verteidigen. Er ist auch, ähm, wird dieses Jahr 33, das heißt, er ist altersmäßig in einem ähnlichen Bereich unterwegs, das heißt, das sind jetzt keine Fahrer, die jetzt vielleicht wie in Egeren Bernal, äh, jetzt noch zehn Jahre Zeit haben, um große Erfolge zu feiern. Von daher kommt es da wirklich auf jedes Jahr drauf an, von, und da gehe ich von aus, dass wir beide zusammen bei der Tour sehen. Das ist sicherlich eine andere Konstellation, als wir es dieses Jahr bei der Tour hatten. Damals war, oder letzt, äh, als wir es letztes Jahr hatten. Damals war ja, äh, Froome als, als Tiro Sieger zur Tour gekommen und man wusste am Anfang gar nicht, wie stark ein Garen Thomas jetzt bei dieser Tour dann fahren wird. Das heißt, irgendwann hat sich halt die Situation ergeben, dass Garen Thomas in Gelb war und dann musste man da einfach irgendwie damit klarkommen. Ich glaube schon, dass es jetzt, wenn sie von vornherein zusammen reingehen als Co-Leader, dass das eine kritischere Situation ist. Wie, ähm, Ja, weil jetzt kann man ja nicht mehr sagen, wie im letzten Jahr, wir warten auf alle Fahrer, äh, außer Froome. Also wir warten auf niemanden außer Froome, so rumgesagt. Wie sehr spielt da auch mit, äh, gegebenenfalls eine Rolle, dass sich das Team auflösen wird oder zumindest ist das Szenario ein durchaus denkbares ist? Ich denke, ich würde sich da jetzt nicht groß, äh, auswirken, weil ich denke, beide Fahrer, je nachdem, ich weiß ja gar nicht, wie lange sie noch aktiv bleiben wollen, die werden unabhängig davon, ob sie jetzt bei der Tour top fahren, beide überall noch einen guten Vertrag kriegen. Also den Fall hat man ja eher, wenn es um Fahrer geht, die dann nochmal versuchen, durch eine gute Leistung, da nochmal irgendwie was rauszuholen. rauszuholen. Ich glaube, bei solch arrivierten Fahrern ist es jetzt eher weniger der Punkt. Jo, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, ne? Aber Thomas selber sagt, äh, also die werden wahrscheinlich jetzt alle irgendwann mal irgendwo was, äh, mit irgendwas in Verbindung gebracht werden. Vielleicht würde, ich glaube, als nächstes wird Froome, äh, der, der Giro, Thomas wird Froome den, äh, Giro nahe legen, ne, Thomas wird Froome den Giro nahe legen, genau. Ähm, ich glaube auch, dass, äh, wahrscheinlich wird Bernal der lachende Dritte sein und der den Giro einfach fahren gewinnt und sagt sich, hab ich lieber das im Sack und lass die anderen sich über den Giro, äh, über die Tour streiten. Kann ich mir, kann ich mir, kann ich mir auch als Szenario vorstellen. Wobei Bernal vielleicht auch einfach Giro und Tour gewinnt. Und wenn die anderen in die Ruhe gucken lässt. Danach noch Weltmeister wird. Ja. Ja, ja, wer weiß. Und, und dann die Saison mit dem Münsterland Giro, mit dem Sieg dort natürlich ausklingen lässt. Nee, da gibt es doch noch in Asien die Rennen. Danach. Ja, mal gucken. Startet er die, ist das nächste Saison dann mit dem Sieg bei der Tropicana. Beim Sechstage-Rennen. Nee, Sechstage-Rennen in Gent. Bei der Gläuler Nacht. Äh, Quintana hat einen neuen Trainer, oder hat einen Trainer jetzt. Äh, Bertulli, wie heißt der, Michele, Michele, ich gucke jetzt mal nicht nach, sondern, äh, rate, Michele Bertulli, oder? Mhm. Echt? War der noch richtig? Nicht schon richtig. Also, wird ja wahrscheinlich ein Begriff sein, Ex-Profi, der früher auch sehr, sehr erfolgreich war, der ist jetzt, ähm, wurde von Nairo Quintana als sein persönlicher Trainer, wohl auf Anraten seines neuen Sportdirektors Max Chandri engagiert. Okay. Frag ich mich immer, Quintana jetzt an die 30, ne, was, also, ist das jetzt mehr, also, im Training sollte man einem Quintana ja nicht mehr so viel beibringen, ne? Ist das eher so ein, Was ich mal, was ich mal spannend finden würde, wenn jetzt zum Beispiel, beispielsweise mal so ein Nairo Quintana zu Sky wechseln würde und dann einfach mal mit den Trainingsmethoden von Sky fahren würde und was der dann rausholen könnte. Ja, klar. Andererseits gibt's ja jetzt, Erfahrung hatten wir heute ja auch schon im Gespräch, äh, Boston Hagen, der ja bei Sky nicht so, also, finde ich zumindest, also, als er da hingegangen ist, hat man sich ja relativ viel versprochen. Ne, aber Klassiker können die nicht so bei Sky, also, die haben eher Rundfahrtspezialisten. Ja, die Rolle von Boston Hagen war ja die, dass er da quasi, äh, das, das Feld als Erster über die großen Pässe da führen musste und das Feld da auf 30 Mann eingedampft hat, das war es jetzt vielleicht nicht, nicht seinen ursprünglichen Qualitäten halt, ähm, entgegenkommt. Ja, okay, dann ist das mir eine Frage des Einsatzes, aber, äh, das ist ja grundsätzlich auch immer die Frage, ne, was würde passieren, wenn Quintana bei Sky färe, was, wie, wie gut wäre ein Froom bei Team Movistar und solche Geschichten, ich, ich finde nur mal, das ist interessant, äh, was man da jetzt noch verändern kann oder was man, oder ob das vielleicht auch mehr so ein, ähm, so ein Ratgeber im Sinne von, äh, da die ein bisschen aufpassen, also, ich, ich glaube zum Beispiel, dass du einem Valverde jetzt nichts mehr groß im Training beibringen kannst und willst, ne, der hat dann, der hat sein Programm, das macht er so und ist damit auch so lange erfolgreich, da willst du jetzt keine Veränderungen mehr anpeilen, aber ein Quintana, vielleicht ist das auch mehr so eine psychologische Geschichte oder, oder, ne, du musst ihm ja jetzt nicht mehr erklären, wie er seine Kilometer fährt, ne, und, ja, gut, also, er ist halt irgendwie doch die letzten paar Jahre stagniert und der ganz große Triumph, den er sich jetzt so erhofft hat, der ist ja nicht eingetreten, der Sieg bei der Tour, die Ergebnisse sind da ja eher rückläufig, er war jetzt ja letztes Jahr, was war er, ich glaube, neunter oder zehntter bei der Tour, was ihn absolut nicht zufriedenstellen dürfte und da muss er natürlich mal gucken, was kann er da überhaupt noch, was kann er da ändern, an welchen Stellen kann er da noch, an welchen Stellschrauben kann er drehen, das ist bei Valverde ja eine ganz andere Geschichte, der war jetzt noch erfolgreich, hat auch ein gewisses Alter, der kann da jetzt nicht mehr groß noch was ändern, aber bei Quintana war dann wirklich die Überlegung, gut, er ist jetzt 29, was kann ich noch ändern, und da es eine Stellschraube ist, ist natürlich ein Trainer, ob er ihm da jetzt wirklich weiterhilft, weiß ich nicht, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ein Boris Becker hat jetzt sicherlich einem Novak Djokovic jetzt auch nicht wirklich groß helfen können, jetzt was jetzt das Tennisspielen angeht, aber irgendeinen Grund wird es auch gehabt haben, warum er damals dann Trainer von Novak Djokovic wurde, also das müssen nicht immer, nicht immer naheliegende Gründe sein, vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine Änderung irgendwo, die irgendeine Auswirkung hat, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, weiß ich nicht. Gut, dass du erwähnt hast, dass das zwei Tiefspieler sind, sonst hätte ich ihn nachfragen müssen, also bei Boris Becker hätte ich es noch gewusst, aber hättest du den anderen Namen nur erwähnt, dann hätte ich wie hier blöd da gestanden. Ja, also soll er machen, wissen wir auch zumindest, dass das Bartoli von der Straße runter ist und sich da keine Sorgen mehr machen muss, weil er ein Einkommen hat, das ist ja auch schon mal was Gutes, machen wir uns da nichts vor, aber wie sehr, also würde mich mal interessieren, was so ein Trainer dann da wirklich macht, also so im täglichen Tagesgeschäft oder so, der schreibt eben jetzt Trainingspläne und wenn ja, Und das ist seine Aufgabe. Ja, aber wer hat das denn vorher gemacht? Ja, wahrscheinlich irgendein anderer Trainer. Ja, aber kann man, also ja, also weißt du, ich glaube, dass du halt ab so einem gewissen hohen Niveau, also vielleicht andere Trainingsreize setzen oder ein bisschen Abwechslung reinbringen, sagen, okay, das kann ich auch so ein bisschen machen. Vielleicht ruft er ihn auch nur jeden Morgen an und erzählt ihm, wie toll er ist. Ich weiß es nicht. Ja, kannst du es bei mir mal machen? Vielleicht bringt mir das auch was. Bringt mich so toll. Meinst du, bringt man bessere Leistung auf die Straße? Ja, aber so allgemein bessere Leistung, wobei auch immer. Also fände ich schön. Kannst du morgen früh, ich stehe so gegen Viertel nach fünf auf, einfach mal kurz dann so um 20 nach fünf anrufen und einfach nur sagen, ja, alles super auf, alles. Ah ja, soll ich da auch noch ein Frühstückseil vorbeibringen? Nee, das brauchst du nicht, das kriege ich, ich frühstücke so früh nicht, danke. Ja, nee, ohne Spaß, also warten wir mal ab. Also schaden wird es wahrscheinlich nicht, außer uns das bisschen Geld wird er auch noch wegkriegen. Was, 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 Van Avermaat schimpft über die UCI, wahrscheinlich wolltet er auch die Crosse mit dabei haben als Belgier. Kann ich mir vorstellen. Nö, da geht es einfach um diese neue Wertungsrangliste, also es gibt ja jetzt so eine Weltrangliste für Etappenrennen und für Eintagesrennen und da hat man Greg Van Avermaat drauf angesprochen, dass er diese doch anführen würde und, ja, da hat er sich gewundert, wovon dann da genau gesprochen wird und sagte, er kennt diese Wertung gar nicht. Hängt da etwas dran? Ist das eine Art Weltcup? Also hat er so ein bisschen höhnisch gesagt. Ja, also ich war mir auch, bis ich diese Meldung gelesen hatte, überhaupt nicht klar, was das ist und ich glaube, dass, das ist auch sowas, was, also man versucht es vielleicht wahrscheinlich von der Seite der UCI immer interessanter zu machen und interessanter zu gestalten, aber am Ende des Tages weiß jeder doch, wer am Ende Weltmeister geworden ist, wer am Ende die Tour de France gewonnen hat, wer die Vuelta gewonnen hat und den Giro und wer jetzt der führende oder am Ende des Jahres die UCI-Wertung der Eintagesklassiker gewonnen hat. Ja, aber genau das ist ja das Problem, dass es, wie soll man sagen, für dieses, früher mal die Weltcup-Wertung gab und seitdem ist das einfach verwässert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die UCI, die sitzen da in ihrem Elfenbeinturm in Ägle und denken sich ständig was Neues aus, aber wenn man mal einen Außenstehenden vom Radsport fragt, was gibt es da überhaupt zu gewinnen, dann wird er dir sagen, Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta und Weltmeisterschaften, Klassiker vielleicht noch, aber von diesen einzelnen Wertungen weiß niemand was. Also da wäre es sinnvoll, ein Trikot vielleicht wie früher beim Weltcup zu nehmen. Aber auch das, also was soll das eine Trikot dann symbolisieren? Also sozusagen, das ist der beständigste Fahrer die ganze Saison über gesehen. Okay. Ja, also, dass wir auf die Ideen noch nicht gekommen sind, wundert mich, aber beständigster Fahrer, aber dann hast du ja auch wieder die Sache, betrifft das die Tages, also ein Tagesrennen, betrifft das die Rundfahrten, wo holst du die Punkte her? Ich finde das einfach, das ist auch so wenig, wie soll man das sagen, so wenig erklärt. Also wenn wir, wenn wir so etwas kaum mitkriegen oder uns kaum interessiert, weil es einfach so unwichtig ist, wie willst du das dann Nieschen Müller verklickern? Das ist immer meine Frage. Also, wie soll die das verstehen? Wie soll die das nachvollziehen können? Also, schwierig, schwierig immer. Naja, aber bin ich auf, bin ich auf von Avermarts Seite. Also, was soll der Driss, wie wir sagen hier? Also, was, und was hat der Herr Froome jetzt gegen den Herrn Quintana? Also, die Meldung ist auf Französisch, deswegen bin ich da ein bisschen auf Spanisch. Nö, also, Chris Froome, der wurde von einem Reporter oder in einem Interview von einem kolumbianischen Portal gefragt, wer denn sein härtester Rivale gewesen wäre und natürlich in einem kolumbianischen, bei einem kolumbianischen Interview hätte man da erwartet, dass er Nairo Quintana sagt, aber er hat gesagt, Alberto Contador. Contador, wir werden ihn auch nicht los, ne? Wird das, aber wird Quintana da jetzt zu Hause dann ins Handtuch gebissen haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, aber mit Sicherheit, die Kolumbianer waren schon ein bisschen verwundert. Ja, aber wenigstens lügt er nicht, ne? Aber wer weiß, was dann passiert, wenn Team Sky von den Kolumbianern gekauft wird, ne? Also, wenn er dann bald uns selbst unter kolumbianischer Flagge reißt. Na, das wären wir dann schon beim nächsten Punkt. Ja, genau. Das stand ja dann auch, wobei ich auch schon was gelesen habe von Amerikanern, einem amerikanischen Syndikat. Also, ähm. Naja, es geht im Prinzip um dieses Unternehmen Eco Patrol, das ist scheinbar so ein Ölunternehmen, glaube ich, der kolumbianischen Regierung, gelenkt von der kolumbianischen Regierung ist. Und da soll jetzt der Big Boss, Dave Brailsford, in Kolumbien gewesen sein, um mit dem Staatschef Duque, glaube ich, heißt er, von Kolumbien zu sprechen. Und, ähm, Hintergrund-Fact, den ich jetzt noch so ein bisschen anrecherchiert habe, es ist wohl so, dass Brailsford und dieser, ähm, Berater oder Manager, besser gesagt, oder Agent von, ähm, Bernal und Ivan Sosa, dieser Paolo Alberati, die sind wohl Best Buddies und dementsprechend, ähm, der holt halt die ganzen Kolumbianer immer nach Europa und, ähm, darüber soll das so ein bisschen eingefädelt worden sein und scheinbar soll da auch Rigoberto Uran mitbeteiligt gewesen sein, weil der auch gerne ein kolumbianisches World Tour Team hätte und natürlich auch ein Fahrer wäre, der, ja, ich glaube, sein Vertrag läuft jetzt sogar aus bei Education First, einer wäre, der dafür in Frage kommen würde. Und kommt dann da vielleicht auch wieder ins Spiel, äh, Chris Schroom verlässt, äh, Sky und dann kommt Quintana, wie wir es eben ja schon gemutet haben, unter Sky Fittiche, Ja, wer weiß, also, das, ähm, ist denn überhaupt die Frage, wie sich so ein Team dann aufstellen würde, ähm, wollen die dann total kolumbianisch werden oder, ähm, bleibt dieser ganze britische Stuff dann noch da und nimmt man das Know-how, das dieses Team Sky momentan besitzt, dann mit in das neue Team. Also, ich stelle es mir schwierig vor, Brailsfort dann, ähm, ja, Bulletons auf Spanisch abgeben zu sehen. Was sagst du dazu, äh, zu Chris, äh, Team Sky Kolumbien, passt das? kann ich mir grundsätzlich nicht so wirklich vorstellen, will ich mir auch nicht wirklich so vorstellen, ich habe nur eine große Hoffnung, dass egal, wer da einsteigt, also ich wünsche mir natürlich, dass das Team in irgendeiner Art und Weise weiter bestehen kann und nicht alle ihren Job verlieren, das ist klar, aber was ich mir natürlich wünsche, ist, dass ein möglicher Nachfolger vielleicht nicht dieses Finanzvolumen dann zur Verfügung hat, wie es das aktuelle Team Sky hat, weil das aus meiner Sicht für ein zu starkes Ungleichgewicht sorgt. Also soll auch nicht, ähm, soll auch nicht Tinkoff jetzt einsteigen wieder? Ach, ich finde, der Kerl hat einen gewissen Unterhaltungswert, also wenn er da wieder am Start ist, dann haben wir sicherlich zumindest was, über das wir uns unterhalten können. ja, ja, weiß nicht, schlagfrei herzende. Aber ich wage zu behaupten, wenn es Bradesford nicht gelingt, bis Ende März oder Anfang April einen Sponsor zu präsentieren, wird mindestens einer der großen Superstars das Team verlassen, weil da schon im Hintergrund die Verhandlungen stattfinden werden für einen neuen dicken Vertrag von den ganz großen Stars. Das glaube ich auch, dass das, dass das nicht, er steht echt, also er hat gerade die Pistole an der Brust da bin ich auch sehr von überzeugt, dass das nicht mehr lange dauern kann, bis er damit irgendwas aussehen kommt. Und ja, also ich meine, wenn in Kolumbien da auf einmal, wenn da so viel Geld auf einmal da ist oder nicht ganz so viel, aber genug Geld, um das Team zur Verfügung zu halten, warum nicht? Auf der anderen Seite muss man ja sehen, dass sie jetzt mit Bernal und diesem Ivan Amero Sosa zwei sehr, sehr prominente Kolumbianer unter Vertrag schon haben und das natürlich für den kolumbianischen Staat, was wäre, womit sie sich gut schmücken könnten. Also dieses Team da zu unterstützen, weil es ja auch Nationalhelden sind. Ja, also Bernal, wie gesagt, also er ist ja das große, die große Hoffnung von Team Sky. Insofern wäre das ja nur konsequent. Also das, da muss man ja nicht, da kann man ja eins und eins relativ schnell zusammenzählen. sind wir gespannt. Also das wird uns wahrscheinlich auch das Frühjahr über noch einige Zeit begleiten und so einige, für einige Meldungen gut sein. Diese Nachricht aus, ja vom Team Sky beziehungsweise Kolumbien. Degge rettet U23 Rennen. Ich dachte, ich hatte im ersten Moment, als ich die Meldung gelesen habe, ich dachte, du sprichst vom U19 Rennen, aber es gibt doch, das ist doch auch, Ne, das ist einfach nur falsch formuliert von mir. Ah, okay, okay. Wir meinen das Gleiche. Ja, okay. Ja, also das U19 Rennen, das Juniorenrennen sozusagen, Paris-Roubaix, stand mit dem Rücken zur Wand. Gab wohl Geldprobleme und sollte nicht mehr stattfinden. Und ja, da hat Degenkorb gesagt, hier, mach mal 10.000 Euro alle zusammen locker. Und das ging dann. Ja, Crowdfunding war ein bisschen anders. Also in dem Fall, um jetzt ein Rennen da unter die Arme zu greifen und man sieht, wie gut es dann doch funktioniert, weil Radsportfans lieben ja Paris-Roubaix und da ist ja der ein oder andere auch mal bereit, einen Euro zu geben und ich finde es sehr schön, dass John Degenkorb sich da so engagiert, auch bei diesen Freunden von Paris-Roubaix, dass er da Botschafter ist und ja, sich für den Erhalt dieser Straßen einsetzt. Ja, also so macht man, also ich finde, John Degenkorb macht auch irgendwie so alles, also so vieles neben dem Radsport, also abseits der Piste, so richtig, klingt blöd, aber also der, der schafft es wirklich, so Sympathien zu, in jeglicher Hinsicht zu gewinnen und das, ja, also der wird auf jeden Fall jemand sein, der auch noch nach seinem aktiven Sport, dem Radsport hoffentlich gewogen bleibt und irgendwie eine Rolle einnimmt, die, 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 ja, wie soll man sagen, die wichtig ist und wo er, wo er etwas auf die Wege bringen kann oder leiten kann oder Ratgeber sein kann oder, 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 dass er auf jeden Fall aktiv irgendwo beibleibt. Sehr, sehr schön, also alles richtig gemacht, mal wieder, Herr Degenkorb. Was ist denn mit der Meldung um Herrn Freeman? Ich dachte, er ist Morgan Freeman, aber den geht's nicht. Nee, der war nicht. Vielleicht wird er aber mal, vielleicht wird Morgan Freeman irgendwann mal Richard Freeman spielen in einem Film. Oder Gordon Freeman vielleicht auch. Ich kenne nur Gordon Shumway. Naja, aber es geht um jeden besagten Richard Freeman, der unter anderem auch fürs Team Sky tätig war und der vor diesem, britischen Parlamentsausschuss erklären muss, warum Testosteron an das Velodrom in Manchester geliefert wurde und da geht's unter anderem um einen mysteriös verschwundenen Laptop und der hätte jetzt seine Anhörung haben sollen dort. Der Laptop? Hat die ja, nicht, vielleicht der Laptop auch, aber auf jeden Fall Dr. Freeman. Der wäre auf jeden Fall der interessantere wahrscheinlich gewesen, der Laptop, den zu besprechen. Ja, der hätte mehr zu erzählen gehabt wahrscheinlich, ja. Hey Siri, erzähl mal, Ja, aber es ist jetzt so, dass diese Anhörung jetzt schon zum zweiten Mal verschoben würde und beim ersten Mal war es wohl so, dass es aufgrund von gesundheitlichen Problemen dieses Dr. Freeman verschoben wurde, aber komischerweise konnte der in gleicher Zeit noch ein Buch veröffentlichen und das stößt den Leuten gerade ein bisschen sauer auf und generell stellt sich halt die Frage, wie dieser Dr. Freeman das erklären kann. Naja, also ein Buch, also wenn ich ein Buch veröffentliche, dann schreibe ich das ja nicht zwei Tage, bevor es veröffentlicht wird. Also insofern, ich weiß ja nicht, welches gesundheitliche Problem er da vorgebracht hat. Ja, aber so wie es ja jetzt aussieht, könnte das Ganze sogar ins nächste Jahr verlegt werden und das ist natürlich schon irgendwo ein Zeitspiel, was man da betreibt. Ja, wobei ich bei solchen Zweitspielern irgendwie, was soll das bringen, also verjährt da etwas? Ja, für ihn steht ja immerhin auf dem Spiel, dass er seine Approbation verliert. Ja, aber ob der die jetzt verliert oder im halben Jahr, das macht dann ja auch keinen Unterschied mehr. Aber vielleicht hofft man da so ein bisschen unter dem Radar dann wieder fliegen zu können und das Ganze von der öffentlichen Bühne zu zehren. Okay, also das wäre dann ein zumindest nachvollziehbarer Grund, aber nichtsdestotrotz, also er wird ja nicht da irgendwie so aus der Nummer ohne diese Anhörung rauskommen, gehe ich mal von aus. Ich möchte da in diesem Fall nichts ausschließen. Das kann man, glaube ich, da gar nichts mehr leider Gottes ausschließen, was da immer hin und her geht. Ja, ich bin auch immer hin und her gerissen inzwischen, macht einfach den Deckel drauf und vergiss es und lass es gut sein und lass uns einfach nach vorne gucken und nicht nach hinten. Und holt sie alle raus, die da irgendwann, die was getrieben haben, damit sie zumindest in Zukunft keinen Schaden mehr anrichten. Bin ich auch immer hin und her gerissen. Aber kommen wir jetzt, wie ich finde, zum Abschluss noch zu zwei etwas, naja, das eine ist jetzt auch keine wirklich schöne Meldung, aber zumindest etwas Positiverem. Weiß nicht, ob ihr es mal auch mitbekommen habt, hier Team Sunweb, die Meldung. Chris, bist du noch wach? Nein, habe ich nicht mitgelegt. Also, aber sehr schnell reagiert. Sehr gut. Na klar. Team Sunweb haben ja dieses, wie im Basketball, das ist glaube ich, Farm-Team, Junioren-Team, Development-Team, was ja immer mehr Teams zum Glück haben oder hoffentlich noch mehr Verbreitung findet und was ich sehr schön finde ist, dass es jetzt wohl der vierte Fahrer aus diesem Development-Team, wie sie es selber nennt, Development-Team Sunweb, geschafft hat, aufzusteigen in das normale Team. Also, in diesem Falle war das jetzt Florian Stork, der es geschafft hat und vorher waren es noch, wie ist die Liste? Max Kanter. Max Kanter, dann ein Holländer dessen Namen oder ich vermute ein Holländer dessen Namen ich natürlich nicht aussprechen kann, Joris Neven-Huis und Marc Hirschi, jetzt der vierte Fahrer und also besser kann man es ja nicht haben, du musst nicht eigentlich nicht mit irgendwelchen blöden Managern wahrscheinlich so rumstreiten, wenn du deine Fahrer dir selber hoch, ich sag mal hoch züchtest, klingt hart, oder heranführst und ja, wird jetzt Kopi Bartali seine Premiere geben und kann man eigentlich nur alles Gute wünschen. Also toll, toll, toll. Eigentlich eher ungewöhnlich, dass man während einer Saison jemanden hochzieht, also man kennt das zwar, dass ab August als Stagär dann Fahrer dann auch mal aus dem Fahrer-Team dann bei den, ich nenne es jetzt mal bei den Profis da mitfahren, dass es jetzt mitten in der Saison passiert, ist jetzt eher ungewöhnlich, ich weiß jetzt nicht, ist da jetzt irgendjemand länger verletzt oder gab es da irgendeinen Grund, weil ich muss sagen, Florian Stark ist jetzt so kein Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, der hat jetzt unglaublich viele gute Ergebnisse und deshalb hat er sich aufgedrängt. Naja, aber bei Sunweb, die haben ja die Daten von dem, also die wissen ja schon ungefähr, was der an Bad treten kann und werden da auch ein Potenzial sehen, ansonsten hätten sie ihn jetzt glaube ich nicht hochgeholt. Also ich wäre mir jetzt nicht geläufig oder wäre mir nicht aufgefallen, dass da irgendwie was gewähren wie einen Verletzten oder sonst was. Vielleicht hat man auch bewusst am Anfang der Saison gesagt, pass mal auf, wir halten hier noch einen Platz frei oder einen Platz frei. Wir gucken mal, wie die durch den Winter kommen und wir nehmen uns dann einfach den Besten raus oder den, wo wir glauben, dass der die beste Entwicklung gemacht hat über den Winter in der Vorbereitung und den führen wir dann noch hoch. Also das wäre, wenn ich jetzt so ein Development Team da extra hätte, wäre das für mich ja eine wirklich ganz logische Geschichte so vorzugehen. Ja. Also ich sehe jetzt hier, also im vergangenen Jahr, naja, immerhin fünfter der Tour, der Tour da saß, ist schon schweres Vorbereitung, schweres Juniorenrennen oder niedrigklassiges Rennen, also ja, lässt sich jetzt aber noch nicht so richtig einschätzen, wo mit dem Jungen die Reise hingeht. Nee, das nun wirklich nicht, aber mit 21, ne, da, klar, wenn wir jetzt nochmal vergleichen mit dem belgischen Harn von Anfang. kannst du den nicht mit Egan Bernal vergleichen. Genau, aber, eine Sekunde kurz, aber er kann ja noch seinen Weg gehen, oder was heißt, er kann noch seinen Weg gehen, er steht ja gerade am Anfang seinen Weg und zumindestens, finde ich, ich finde es noch nicht, also für den Fahrer freut es mich jetzt persönlich nicht, schon, also es ist ja schön, dass er das da, gemacht hat, hat wohl auch direkt, wenn ich das hier richtig sehe, einen Vertrag bis einschließlich 2021 bekommen, das hätten sie ihm bestimmt auch nicht gegeben, wenn da, wenn sie da nicht wirklich in ihn vertrauen würden. Ich finde aber, die fast wichtigere Meldung an der ganzen Geschichte, oder das fast Wichtigere an der ganzen, Nummer ist so ein bisschen, dass dieses Heranführen der eigenen Fahrer und dass dieses ganze Junioren-Programm irgendwie zu funktionieren scheint und das ist ja etwas, wo ich mir denke, mein Gott, das sollte man eigentlich fast bei den meisten Teams Pflicht einführen, so eine Jugendförderung. Ja, also das prominenteste Team, was wir da mal hatten, war ja damals dieses Mappai-Farm-Team, wo unter anderem dann Pozzato oder auch Cancelara daraus entsprungen sind und viele, viele andere Fahrer. Da gab es ja mal so eine Dynastie und vielleicht kann Sunweb jetzt was ähnliches aufbauen. Das, ich muss jetzt noch mal darauf anspielen oder darauf zurückkommen auf das Buch, was ich da gerade lese, das war ja wirklich so, also Charles Sven Gilius hat da auch darunter davon profitiert, dass er da in dieses Mappai-Team mit reingerutscht ist und die hatten wirklich, dann gab es irgendwie eine neue Regelung, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Fahrern im Team haben durfte und die hatten so viele Fahrer durch ihren Fundus an Nachwuchsfahrern, dass sie zwei komplette neue Teams daraus gemacht haben. Ein Junior-Team sozusagen oder ein Development-Team und das andere, das ist so der Ursprung der ganzen Geschichte und wie du sagst, wäre da alles daraus hervorging. Ich meine, man braucht natürlich die finanziellen Möglichkeiten dafür, das ist auch klar. Und vor allem einen langfristig engagierten Partner. Genau, total, also das würde ich jetzt sogar unter finanziellen Möglichkeiten auch so mit verbuchen, aber was du dir halt dadurch einkaufst, ist eine unfassbare Loyalität. Also weißt du, bevor ein Florian Stork, man geht jetzt mal davon aus, der fährt seit 2016 irgendwie auf hohem Niveau Fahrrad, der kommt jetzt mit neun, nach drei Jahren kommt der vom, ich sag mal Development-Team in das normale Team, hat da direkt einen Vertrag. Wenn der sich jetzt gut entwickelt, ne, bis der mal woanders hingeht, wo er jetzt schon irgendwie die Jahre da verbracht hat und da die Förderung bekommen hat, ne, das, das, äh, ist ja auch eine Loyalität, ne, die Loyalität von Fans und so weiter und so fort, das ist ein nicht zu unterschätzendes, ähm, Argument, finde ich. Ja und da wird es mit Sicherheit auch diverse Vertragsklauseln, die dann da noch geben, ähm, die dann das Team gegen, ja, bestimmte Entwägigkeiten absichern werden. Ja, das auch, ne, also, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber, ähm, mei, also, äh, es gibt Schlechteres, was einem passieren kann, glaube ich, ähm, als, äh, als Fahrer in so einem Team aufgenommen zu werden und dort erstmal eine Entwicklung durchmachen zu können. Insofern, alles Gute und schöne Meldung und, ähm, das Letzte, was ich auch noch, äh, als Meldung hatte, ist mir nur ganz am Rande in einem völlig anderen Zusammenhang aufgefallen, aber, ist irgendwie etwas, was mich zu nehmen ist, in dem Moment, gerührt ist jetzt das falsche Wort, aber, ähm, ja, also, wir haben sie eben schon mal angesprochen, Christina Vogel, und das hat in dem Moment nicht direkt Klick bei mir gemacht. Ähm, ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt schon wieder so, aber sie war ja auch im aktuellen Sportstudio, glaube ich, ne? Jaja, die hatte ganz viele Medien auf Dritte jetzt, und, ähm, ja, ich glaube, ich kriege sie, ich gucke sie nicht Fernsehen, um das mitzubekommen, aber, äh, ich hatte mich aus anderen Gründen auf der Seite von BioRacer umgeguckt, weil da ist ein neues Produkt rausgekommen und, äh, hatte ich mir angeschaut, wollte mir ein paar Informationen dazu einholen, und dann sehe ich, dass Christina Vogel auch auf der Seite ist und, ähm, also wirklich, da werden so Storys über BioRacer-Athleten gefeatured, ne? Team des Monats, Weltmeisterschaften im Cross, unsere Anzüge für die Cross-Meister und dann gibt es auch den Punkt Stay Strong, Christina und, ähm, ich finde es immer schön, wenn so Sponsoren auch, ne? Man sagt ja, Sponsoren sollen auch in schlechteren Tagen dabei sein, ne? Also die bringen jetzt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ne? Eine Mütze raus, wo Teile des, ähm, das, der Einnahmen, äh, auf das Spendenkonto von Christina Vogel gehen, sie wird weiter unterstützt und so weiter als ehemalige BioRacer-Athletin und, äh, das finde ich einfach, kann man auch mal positiv, ähm, drüber sprechen oder es erwähnen, ne? Wenn, wenn eine Firma wie BioRacer in dem Fall dann, äh, weiterhin so zu Athleten steht und da auch weiter finanziell sich engagiert, finde ich, äh, ist eine Erwähnung wert, muss man so zu sagen. Weil die hat ja nun wirklich einfach nur sehr, sehr großes Pech gehabt, ähm, das kann man nicht anders sagen, oder? Na genau, schön, dass dann da jemand so dazu steht. Ja, Pech ist ja schon untertrieben, das ist ja eine Tragödie im Prinzip. Ja, das war's dann aber auch für heute. Haben wir uns jetzt mal einfach so, wie soll ich sagen, zwei Stunden durch den Radsport, äh, gekämpft? Seid ihr... Spannend. Was? Das machen ja auch spannende Themen. Ja, aber, also, definitiv besser und länger als der Tatort heute. Ne? Obwohl besser weiß ich nicht, ich hab nur Gutes gelesen über den Tatort. Auf jeden Fall nicht so teuer in der Produktion, glaube ich. Ich hab, mir ist bis gerade, äh, es sei denn, du hast irgendwo noch Millionen bei dir unterm Sofa gebogen. Absolut. Nicht so teuer in der Produktion wie der Tatort. Mir fehlte noch der Sendungstitel. Äh, nicht so teuer in der Produktion wie der Tatort. Endlich. Also, ich hab auch die ganze Zeit, ich, ich mach mir immer, ähm, während der Sendung, ähm, das wisst ihr, ne, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, so immer mal wieder, wenn etwas kommt, wo ich mir denke, das könnte ein Sendungstitel sein, äh, eine kleine Notiz, damit ich das nicht vergesse. Aber diesmal hab ich bis jetzt keinen Ausspruch gehabt, wo ich mir, also meistens denk ich auch gar nicht vorher dran, sondern wenn ich's höre, dann denk ich mir, ah, das könnte ein Sendungstitel sein. Ähm, aber bis dato war mir noch kein Untergekommen. Aber, ja, wenn wir ein Tatortkommissare wären, wer wären wir denn dann? Boah, dafür guck ich zu wenig Tatort, also ich kenn jetzt nicht mal alle Tatort, äh, Ermittler. Wird schwierig, einen zu finden, der an Chris heranragt. Müsste ich mal überlegen. Also, äh, vielleicht können die Hörer ja einfach mal, äh, hier drunter kommentieren, äh, wie sie uns sich vorstellen, als, ähm, ähm, ein Tatortkommissar. Ich, ich müsste ehrlich gesagt auch lange überlegen und würde nicht drauf kommen. Also, dann beenden wir jetzt das Ganze. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Chris, ich hoffe, ne, dass du in Zukunft, du weißt, du bist jedes Mal gerne, gerne mit dabei, also unsererseits, ne, und ich weiß auch, du würdest gerne viel öfter, wenn du könntest, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, heißt man immer, umso schöner, wenn du dann da bist. Genau. Und Thomas, dir danke ich sowieso. Danke auch. Danke unseren Hörern. Wie gesagt, äh, wir haben jetzt auch in der letzten Woche wieder eine Spende via PayPal reingekriegt, das sind wieder, äh, ich rechne es mal kurz um, ich glaube, zehn Stunden, ne, ein bisschen mehr, ja doch, zehn Stunden auf Phonik, die wir uns davon leisten können, also, wo wir dann unseren Ton schöner machen und, ähm, sowas hilft immer sehr. Vielen herzlichen, Dank, ähm, alle Spenden via PayPal. Ähm, äh, die Überweisungen, äh, also die Daueraufträge, auch wenn es, äh, egal wie viel es ist, es ist jeder, jeder Euro, ähm, ähm, es, also wir leben nicht in Saus und Braus davon, sondern wir stecken wirklich alles in die Produktion hier rein und an neue Produkte, äh, Mikrofone oder so Sachen. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für alles, auch, Amazon über den Amazon Affiliate Link oder, äh, Patreon. Danke, danke, danke. Und habt jetzt eine schöne Woche. Ich werde dies, glaube ich, dann morgen veröffentlichen. Tschüss. Tschüss. Ciao. So.